Abschnitt 34 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Buch 1870-71 Teil 1 Vorahnungen, die gibt es nicht. Paris hätte sonst, als wir an einem sonnigen Nachmittag des März 1870 dort anlangten, mir keinen so heiteren, lustversprechenden Eindruck machen können. Man weiß es heute, was damals in kürzester Frist derselben Stadt für Schrecknisse bevorstanden, aber mich beschlich nicht das mindeste trübe Vorgefühl. Wir hatten schon im Voraus durch den Agenten John Arthur dasselbe kleine Palais gemietet, welches wir im letzten Jahre bewohnt, und an der Einfahrt desselben erwartete uns auch unser vorjähriger Maître d'Hôtel. Als wir, um zu unserer Wohnung zu gelangen, über die elisäischen Felder fuhren, es war eben die Bois-Stunde, da begegneten wir mehreren unserer alten Bekannten und tauschten fröhliche Wiedersehensgrüße. Die vielen kleinen Pfeilchenkarren, welche um diese Jahreszeit in den Straßen von Paris herumgerollt werden, füllten die Luft mit tausend Frühlingsversprechungen, die Sonnenstrahlen funkelten und spielten regenbogenfarbig in den Springbrunnen des Rundplatzes und hefteten kleine Fünkchen an die Wagenlaternen und das Pferdegeschirr der zahlreichen Gefährte. Unter anderem fuhr auch die schöne Kaiserin in einem à la daumont bespannten Wagen an uns vorbei und winkte, mich erkennend, einen Gruß mit der Hand. Es gibt so einzelne Bilder und Szenen, die sich in das Gedächtnis einfotografieren und phonografieren, samt den sie begleitenden Empfindungen und einigen gleichzeitig gesprochenen Worten. »Schön ist doch dieses Paris«, rief damals Friedrich aus und meine Empfindung war ein kindisches Sich-Freuen auf den kommenden Aufenthalt. Hätte ich gewusst, was mir, was dieser ganzen, in Glanz und Heiterkeit getauchten Stadt bevorstand. Diesmal vermieden wir es, uns wie im verflossenen Jahre in den Strudel weltlicher Vergnügungen zu werfen. Wir erklärten, keine Balleinladungen annehmen zu wollen und hielten uns von den großen Empfängen fern. Auch das Theater besuchten wir nicht mehr so häufig, nur wenn irgendein Stück besonderes Aufsehen machte und so kam es, dass wir die meisten Abende allein oder in Gesellschaft weniger Freunde in unserem Heim verbrachten. Was unsere Pläne in Bezug auf des Kaisers Abrüstungsidee betraf, so kamen wir eigentlich schlecht damit an. Napoleon III. hatte zwar seine Idee nicht ganz aufgegeben, aber der jetzige Moment, hieß es, sei zu deren Ausführung durchaus ungeeignet. In der Umgegend des Thrones war man sich bewusst, dass dieser Thron nicht auf gar festen Füßen stand. Eine große Unzufriedenheit kochte und gärte im Volk und um diese niederzuhalten wurden alle Polizei- und Zensurmaßregeln verschärft, was nur umso größere Unzufriedenheit zur Folge hatte. Das einzige, so sagten gewisse Leute, was der Dynastie neuen Glanz und Bestand geben könnte, wäre ein glücklicher Feldzug. Dazu lag freilich keine nahe Aussicht vor, aber von Abrüstung sprechen wäre ganz und gar gefehlt, dadurch würde ja der ganze Nimbus der Bonaparte zerstört, welcher ja auf dem Ruhmeserbe des großen Napoleon beruhte. Außerdem war uns auch, auf unsere Anfragen, aus Preußen und Österreich kein ermunternder Bescheid geworden. Man war da in die Ära der Vergrößerung der Wehrmacht, das Wort Armee begann aus der Mode zu kommen, getreten, und da fiele das Wort Abrüstung als großer Misston hinein. Im Gegenteil, um die Segnungen des Friedens zu erhalten, musste man die Wehrkraft nur recht steigern. Den Franzosen war nicht zu trauen, den Russen auch nicht, den Italienern schon gar nicht, die fielen gleich über Triest und Trient her, wenn sich Gelegenheit dazu böte, kurz nur schön fleißig das Landwehrsystem pflegen. »Die Zeit ist nicht reif«, sagte Friedrich, wenn wir solche Mitteilungen erhielten, »und die Hoffnung, dass ich in Person das Reifen der Zeit beschleunigen könne oder gar die ersehnten Früchte daran sprießen sehe, die muss ich vernünftigerweise wohl aufgeben. Was ich beitragen kann, ist gar winzig, aber von der Stunde an, da ich dieses Winzige als meine Pflicht erkannt, ist es mir doch zum Größten geworden, also harre ich aus.« Wenn auch vorläufig das Entwaffnungsprojekt ins Wasser gefallen war, eine Beruhigung hatte ich doch, es war kein Krieg in Sicht. Die bei Hofe und auch in der Bevölkerung vorhandene Kriegspartei, welche da meinte, dass die Dynastie in Blut aufgefrischt werden sollte und dass dem Lande wieder ein Portionchen Ruhm erwachsen müsse, die musste auf Angriffspläne und auf den verlockenden kleinen Feldzug um die Rheingrenze verzichten, denn Frankreich besaß keine Verbündeten. Im Lande herrschte große Trockenheit, Futtermangel war vorauszusehen, man musste die Militärpferde verkaufen, nirgends eine schwebende Frage. Das Rekrutenkontingent ward vom gesetzgebenden Körper herabgesetzt. Kurz, so erklärte bei dieser Gelegenheit von der Tribüne herab Olivier, Der Friede Europas ist gesichert. Gesichert? Ich freute mich über dieses Wort. In allen Zeitungen ward es wiederholt und viele Tausende freuten sich mit mir. Was kann es denn für die meisten Menschen Besseres geben als gesicherten Frieden? Wie viel diese Sicherheit aber wert war, die da am 30. Juni 1870 von einem Staatsmann verkündet worden? Das wissen wir heute alle. Und das hätten wir auch schon damals wissen können, dass derlei staatsmännische Versicherungen, welchen das Publikum immer wieder mit gleich naivem Vertrauen lauscht, doch keine, gar keine Bürgschaft enthalten. Die europäische Lage weist keine schwebende Frage auf, darum ist der Friede gesichert. Welch schwache Logik! Die Fragen können ja jeden Augenblick herangeschwebt kommen. Erst wenn man für diesen Fall ein anderes Mittel in Bereitschaft hielte als den Krieg, erst dann wäre man gegen den Krieg gesichert. Wieder zerstreute sich die Pariser Gesellschaft nach allen Windrichtungen. Wir aber blieben, geschäftehalber, zurück. Es hatte sich uns nämlich ein außerordentlich vorteilhafter Ankauf geboten, Durch die plötzliche Abreise eines Amerikaners war ein kleines, erst halb vollendetes Hotel in der Avenue de l'Empératrice feil geworden, und zwar um einen Preis, der nicht viel mehr betrug als die zur Ausschmückung und Einrichtung des Objektes bereits verwendete Summe. Da wir nun einmal die Absicht hatten, auch in Zukunft einige Monate des Jahres in Paris zu verbringen, und da der betreffende Kauf zugleich ein vortreffliches Geschäft war, so schlossen wir den Handel ab. Die Fertigstellung wollten wir selber überwachen, und zu diesem Behuf blieben wir in Paris. Die Ausschmückung eines eigenen Nestes ist zudem eine so genussreiche Arbeit, dass wir dafür die Unannehmlichkeit, den Sommer in der Stadt zu bleiben, gern auf uns nahmen. Übrigens blieb uns auch in geselliger Beziehung noch Ansprache genug. Das Schloss der Prinzessin Mathilde, St. Grazien, ferner Schloss Mouchy, dann Baron Rothschilds Besitzung, Ferrières und noch mehrere andere Sommersitze unserer Bekannten lagen in der Nähe von Paris, und ein- oder zweimal wöchentlich statteten wir bald da, bald dort einen Besuch ab. Es war, ich erinnere mich, im Salon der Prinzessin Mathilde, dass ich zum ersten Male von der Frage hörte, die zur Schwebenden werden sollte. Die Gesellschaft saß nach dem Gabelfrühstück auf der Terrasse, mit dem Ausblick nach dem Park. Wer alles da war, dessen kann ich mich nicht mehr entsinnen, nur zwei der anwesenden Persönlichkeiten sind mir im Gedächtnis geblieben, Tän und Renan. Die geistvolle Herren von St. Grazien liebte es, sich mit literarischen und wissenschaftlichen Größen zu umgeben. Die Unterhaltung war eine sehr rege, und ich kann mich erinnern, dass es meist Renan war, der das Wort führte, geistsprühend und witzig. Wie man unglaublich hässlich sein kann und dabei doch unglaublichen Zauber ausüben, davon ist der Verfasser des Lebens, Jesu, ein merkwürdiges Beispiel. Jetzt fiel das Gespräch auch auf Politik. Für den spanischen Thron werde ein Kandidat gesucht. Ein Prinz von Hohenzollern solle die Krone erhalten. Ich hatte kaum hingehorcht, denn was konnte es mir, was konnte es allen hier gleichgültigeres geben als der spanische Königsthron und derjenige, der darauf zu sitzen käme. Doch da sagte jemand, ein Hohenzoller? Das wird Frankreich nicht dulden. Das Wort schnitt mir in die Seele, denn was heißt dieses Nicht-Dulden? Wenn das im Namen eines Landes gesagt wird, so sieht man im Geiste die dieses Land personifizierende Riesenjungfrauenstatue mit trotzig zurückgeworfenem Kopfe und mit der Hand am Schwertesknauf. Doch es wurde bald wieder auf ein anderes Gesprächsthema übergegangen. Wie folgenschwer diese spanische Thronfrage noch werden sollte, das ahnte unter uns noch niemand. Ich auch nicht, natürlich. Mir war nur das Anmaßende, das wird Frankreich nicht dulden, als ein Misston im Gedächtnis haften geblieben und damit zugleich die ganze umgebende Szenerie. Von nun an sollte die spanische Thronfrage immer lauter und aufdringlicher werden. Täglich wurde der Raum größer, den sie in den Zeitungen und in den Salongesprächen einnahm, und ich weiß, dass sie mich in hohem Grade langweilte, dieser Hohenzollern-Kandidatur. Man konnte bald gar nichts anderes hören. Und mit einer Entrüstung wurde davon gesprochen, als könnte Frankreich nichts Beleidigenderes widerfahren. Die meisten durchschauten es als eine von Preußen ausgehende Provokation zum Kriege. Es ist doch klar, hieß es, Frankreich konnte die Sache nicht dulden. Wenn also die Hohenzollern darauf bestehen, so ist das die reine Herausforderung. Das verstand ich nicht. Übrigens war ich ohne Sorge. Wir erhielten Briefe aus Berlin, worin uns von wohlunterrichteter Seite mitgeteilt wurde, dass man bei Hofe nicht den mindesten Wert darauf lege, dass die spanische Krone einem hohen Zollern zufalle. Wir beschäftigen uns demnach weit mehr mit unserem Hausbau als mit der Politik. Aber allmählich wurden wir doch aufmerksam. So wie vor dem Sturm ein gewisses Blätterrascheln durch den Wald geht, so raschelt es vor dem Krieg von gewissen Stimmen durch das Volk. Das tönte durch die Pariser Luft. Da erfasste mich unsägliches Bangen. Nicht um die meinen, denn wir Österreicher waren ja vorläufig aus dem Spiele. Im Gegenteil, uns sollte ja möglicherweise Satisfaktion geboten werden, die bekannte Sado-Wahrache. Aber wir hatten es verlernt, den Krieg vom nationalen Standpunkt auszubetrachten. Und was er vom Menschlichen, vom Edelmenschlichen ist, das weiß man ja. Das drücken folgende Worte aus, die ich einst aus dem Munde Güde Maupassens gehört. Quand je songe seulement à ce mot la guerre, il me vient en effacement, comme si l'on me parlait de sorcellerie, d'inquisition, d'une chose lointaine, finie, abominable, contre nature. Als die Nachricht eintraf, dass Prim dem Prinzen Leopold die Krone angetragen, hielt der Herzog von Gramont im Parlament eine mit großem Beifall aufgenommene Rede ungefähr nachstehenden Inhalts. Wir mischen uns nicht in fremde Angelegenheiten, aber wir glauben nicht, dass die Achtung vor den Rechten eines Nachbarstaates uns verpflichtet, zu dulden, dass eine Fremde macht, indem sie einen ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. setzt, zu unserem Schaden das bestehende Gleichgewicht der Kräfte von Europa, Oh, dieses Gleichgewicht, welcher kriegsdurstige Heuchler hat diese hohle Phrase erfunden, störe und die Interessen die Ehre Frankreichs in Gefahr bringe. Ich kenne ein Märchen von Georges Saint, genannt Gribouille. Dieser Gribouille hat die Eigenheit, wenn Regen droht, sich aus Furcht vor dem Nasswerden in den Fluß zu stürzen. Wenn ich höre, dass der Krieg angetragen wird, um drohenden Gefahren vorzubeugen, so muss ich immer an Gribouille denken. Wohl hätte ein ganzer hohen Zollernstamm sich auf Karls V. und noch auf verschiedene andere Throne setzen können, ohne Frankreichs Interessen und Frankreichs Ehre nur den tausendsten Teil von dem Schaden zuzufügen, der ihnen aus dem Klugen »Das können wir nicht dulden« erwachsen ist. Dieser Fall fuhr der Redner fort, »Wir hegen die feste Zuversicht, wird nicht eintreten. Wir rechnen in dieser Beziehung auf die Weisheit des Deutschen und auf die Freundschaft des spanischen Volkes. Sollte es anders kommen, dann, meine Herren, werden wir wissen, stark durch ihre Unterstützung und die der Nation, unsere Pflicht ohne Schwanken und ohne Schwäche zu tun. Stürmisches Bravo!« Von da ab beginnt die Kriegshetze in der Presse. »Besonders ist es Gérardin, welcher seine Landsleute nicht genug anfeuern kann, die unerhörte Kühnheit, welche in dieser Thronkandidatur liege, gehörig zu züchtigen. Es wäre gegen alle Würde Frankreichs, wenn es da nicht sein Veto einlegte. Freilich, Preußen wird nicht nachgeben, denn es ist ihm daran gelegen, dem Wahnsinnigen den Krieg heraufzubeschwören. Durch seine Erfolge von 1866 berauscht, glaubt es, jetzt auch über den Rhein seine Sieges- und Raubeszüge machen zu dürfen. Aber da sind wir da, Gott sei Dank, solche Gelüste den übermütigen Spitzhelmen zu vertreiben. In diesem Tone geht es fort. Napoleon III. zwar, wie wir durch ihm nahestehende Personen erfahren, wünscht nach wie vor die Erhaltung des Friedens. Aber in seiner Umgebung finden die meisten, dass ein Krieg jetzt unvermeidlich sei, dass, da man im Volke ohnehin mit der Regierung unzufrieden, das Beste, was man tun könne, um sich den Respekt des ruhmsüchtigen Landes zu sichern, ein glücklicher Krieg wäre. Il faut faire grand. Nun wird in der Runde bei anderen europäischen Kabinetten über die Angelegenheit angefragt. Jedes erklärt, dass es den Frieden wünsche. In Deutschland wird ein aus Volkskreisen stammendes Manifest veröffentlicht, welches unter anderem auch von Liebknecht unterzeichnet ist, worin es heißt, der bloße Gedanke an einen deutsch-französischen Krieg sei ein Verbrechen. Bei dieser Gelegenheit erfahre ich und kann es in mein Friedensprotokoll eintragen, dass eine große Verbindung mit Hunderttausenden von Mitgliedern existiert, welche die Abschaffung aller Vorurteile des Standes und der Nation zum Programmpunkt erhoben hat. Benedetti erhält die Mission, den König von Preußen aufzufordern, dass dieser dem Prinzen Leopold die Annahme der Krone verbiete. König Wilhelm befand sich augenblicklich zur Kur in Ems. Benedetti begibt sich dahin und erhält am 9. Juli eine Audienz. Wie wird der Ausgang sein? Ich erwarte die Nachricht mit Zittern. Die Antwort des Königs lautet einfach, dass er einem volljährigen Prinzen nichts verbieten könne. Diese Antwort versetzte die Kriegspartei in triumphierende Freude. Also man will es darauf ankommen lassen, man will uns bis aufs Äußerste reizen. Das Haupt des Hauses sollte einem Mitglied desselben nichts verbieten und gebieten können. Lächerlich! Das ist offenbar abgemachtes Komplott. Die Hohenzollern wollen sich in Spanien festsetzen und dann von Osten und Süden unser Land überfallen und das sollten wir abwarten. Die Demütigung sollten wir uns gefallen lassen, dass man unseren Protest nicht beachtet. Nimmermehr! Wir wissen, was die Ehre, was der Patriotismus uns gebeut. Immer lauter und lauter, immer unheimlicher rascheln die Sturmesvorboten. Da, am 12. Juli kommt eine Botschaft, die mich mit Entzücken erfüllt. Don Salustro Olozaga zeigt offiziell der französischen Regierung an, dass Prinz Leopold von Hohenzollern, um keinen Vorwand zu einem Krieg zu bieten, auf die Annahme der angebotenen Krone verzichtet. Nun, Gottlob, die ganze Frage war ja damit einfach weggeräumt. Die Nachricht wird um 12 Uhr mittags in der Kammer mitgeteilt und Olivier erklärt, dass dies das Ende des Streites sei. Am selben Tag wurden jedoch offenbar die Ausführung früherer Befehle Truppen und Material nach Metz dirigiert und in derselben Sitzung macht Clément Duvernois folgende Interpellation. Was haben wir für Bürgschaften, dass Preußen nicht wieder ähnliche Verwickelungen heraufbeschwört wie diese spanische Kronkandidatur? Dem muss vorgebeugt werden. Schon wieder regt sich Grebui. Es könnte vielleicht einmal ein leiser Regen uns nass zu machen, drohen, also schnell in den Fluss gesprungen und abermals wird Benedetti nach Ems geschickt. Diesmal den König von Preußen aufzufordern, dass er dem Prinzen Leopold ein für allemal und für alle Zukunft verbiete, auf die Kandidatur zurückzukommen. Kann wohl auf solches Vorschreiben wollen einer Handlung, zu welcher der Aufgeforderte nicht einmal befugt ist, etwas anderes erfolgen als ungeduldiges Achselzucken? Das mussten diejenigen doch wissen, welche die Anforderung stellten. Am 15. Juli wieder eine denkwürdige Sitzung. Olivier verlangt einen Kredit von 500 Millionen für den Krieg. Thier stimmt dagegen. Olivier entgegnet, er nehme die Verantwortung vor der Geschichte auf sich. Der König von Preußen habe sich geweigert, den französischen Botschafter zu empfangen und dies durch eine Note der Regierung angezeigt. Die Linke verlangt diese Note zu sehen. Die Majorität verbietet tumultuarisch und durch Abstimmung die Vorzeigung des wahrscheinlich gar nicht existierenden Dokuments. Diese Majorität bewilligt alles, was die Regierung für den Krieg fordert. Solche patriotische Opferwilligkeit, die da ohne Zaudern das Verderben bewilligt, wird natürlich wieder mit den bereitliegenden Phrasen-Klischees gehörig bewundert. 16. Juli England macht Versuche, den Krieg zu hindern. Vergebens. Ja, gäbe es eingesetzte Schiedsgerichte, wie leicht und einfach wäre da so ein geringfügiger Konflikt gehoben. 19. Juli Der französische Geschäftsträger in Berlin überreicht der preußischen Regierung die Kriegserklärung. Kriegserklärung Die vier Silben sprechen sich ganz gelassen aus. Was ist's auch weiter? Der Beginn einer außerpolitischen Aktion und so nebenbei eine halbe Million Todesurteile. Auch dieses Aktenstück habe ich in die roten Hefte eingetragen. Es lautete, die Regierung seiner Majestät des Kaisers der Franzosen konnte den Plan, einen preußischen Prinzen auf den spanischen Thron zu erheben, nur als ein Unternehmen gegen die territoriale Sicherheit Frankreichs betrachten und hat sich daher genötigt gesehen, von seiner Majestät dem Könige von Preußen die Versicherung zu verlangen, dass eine ähnliche Kombination mit seiner Zustimmung nicht wieder vorkommen werde. Da seine Majestät diese Zusicherung verweigert und im Gegenteil unserem Gesandten erklärt hat, er gedenke sich für dieses Vorkommnis die Möglichkeit vorzubehalten, die Umstände zu befragen, so hat die kaiserliche Regierung in dieser Erklärung des Königs einen Hintergedanken erkennen müssen, welcher für Frankreich und für das europäische Gleichgewicht da haben wir es schon wieder, das berühmte Gleichgewicht seht dieses Wandbrett mit den kostbaren Schalen darauf, es schwankt, die Schalen könnten herunterfallen, also schlagen wir hinein, bedrohlich ist. Diese Erklärung hat einen noch schwereren Charakter erhalten, durch die Mitteilung, welche dem Kabinett gemacht wurde, von der Weigerung, den Gesandten des Kaisers zu empfangen und mit ihm neue Auseinandersetzungen einzuleiten, also durch solche Dinge mehr oder minder freundlichen Verkehr zwischen Regenten und Diplomaten wird das Schicksal der Völker bestimmt. Infolgedessen hat die französische Regierung es für ihre Pflicht gehalten, ohne Verzug an die Verteidigung, ja, ja, Verteidigung, niemals Angriff, ihrer verletzten Würde, ihrer verletzten Interessen zu denken und entschlossen zu diesem Zwecke alle Maßregeln zu ergreifen, welche von der ihr geschaffenen Lage geboten werden, betrachtet sie sich von jetzt an als im Zustand des Krieges mit Preußen. Zustand des Krieges Bedenkt derjenige, der auf dem grünen Tuch seines Schreibtisches dieses Wort zu Papier bringt, dass er seine Feder in Flammen getaucht hat, in blutige Tränen, in Seuchengift, also wegen eines für einen vakanten Thron gesuchten Königs und infolge einer zwischen zwei Monarchen gepflogenen Unterhaltung war diesmal der Sturm entfesselt? Sollte Kant doch Recht haben mit seinem ersten Definitivartikel zum ewigen Frieden? Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein? Allerdings fielen durch Verwirklichung dieses Artikels manche Kriegsursachen weg, denn die Geschichte zeigt, wie viele Feldzüge dynastischer Fragenwillen unternommen wurden und alle Einsetzung monarchischer Gewalt beruht ja nur auf glücklicher Kriegführerschaft, indessen auch Republiken sind kriegerisch. Der Geist ist es, der Alte, Wilde, der in den Völkern, seien sie nun in dieser oder jener Form regiert, Hass und Rauflust und Sieges Ehrgeiz anfacht. Ich erinnere mich, welch eine ganz eigentümliche Stimmung mich selber in jener Zeit erfasste, da der deutsch-französische Krieg sich vorbereitete und dann losbrach. Diese Gewitterschwüle vorher, dieses gewaltige Sturmwehen nach der Erklärung, die ganze Bevölkerung war in Fieber und wer kann solcher Epidemie sich entziehen? Natürlich, nach altem Brauch wurde der Beginn des Feldzuges schon als Siegeszug betrachtet, das ist ja so patriotische Pflicht. A Berlin, a Berlin, jubelte es durch die Straßen und von den Imperialen der Omnibusse herab, die Marseillaise an allen Ecken und Enden. Le jour de gloire est arrivé. In jeder Theatervorstellung musste die erste Schauspielerin oder Sängerin, in der Oper war es Marie Sass, im Jeanne d'Arc Kostüm vor die Rampe treten und Fahnen schwingend dieses Kampflied singen, welches vom Publikum stehend angehört und bisweilen mitgesungen wurde. Auch wir haben das eines Abends mit angesehen, Friedrich und ich, und auch wir mussten von unseren Sitzen uns erheben, mussten, nicht aus äußerem Zwang, wir hätten uns ja in den Hintergrund der Loge zurückziehen können, sondern mussten, weil wir elektrisiert waren. Siehst du, Martha, erklärte mir Friedrich, solcher Funke, der da von einem zum anderen springt, und diese ganze Menge in einem vereinten und erhöhten Herzschlag erheben macht, das ist Liebe. Meinst du, es ist doch ein hassendes Lied, dass ihr unreines Blut unsere Furchen tränke? Tut nichts, vereinigter Hass ist auch eine Form von Liebe, wo sich zwei oder mehrere in einem gemeinsamen Gefühl zusammentun, da lieben sie einander. Lass nur einmal einen höheren Begriff als den der Nation, nämlich den der Menschheit und der Menschlichkeit als gemeinsames Ideal aufgefasst werden, dann ach, wann wird das sein, seufzte ich. Wann, das ist sehr relativ, im Verhältnis zu unserer Existenzdauer nie, im Verhältnis zu derjenigen unseres Geschlechtes morgen. Wenn ein Krieg ausgebrochen ist, so spalten sich alle Anhänger der neutralen Staaten in zwei Lager. Die einen nehmen für diesen, die anderen für jenen Teil Partei. Es ist das wie eine große schwebende Wette, bei der jeder mithält. Wir beide, Friedrich und ich, mit wem sollten wir sympathisieren, wem den Sieg wünschen? Als Österreicher waren wir patriotisch, vollkommen berechtigt, unsere Überwinder aus dem vorigen Kriege diesmal als Überwundene sehen zu wollen. Ferner ist es auch naturgemäß, dass man jenen, in deren Mitte man lebt, von deren Gefühlen man unwillkürlich aufgesteckt wird, die größere Sympathie zuwendet, und wir waren ja von Franzosen umgeben. Dennoch Friedrich war preußischer Abkunft und waren nicht auch mir die Deutschen, deren Sprache ja die meine ist stammverwandter als Erklärung nicht von den Franzosen aus so Kronrede vom 19. Juli gesagt. Das deutsche und das französische Volk, beide die Segnungen christlicher Gesittung und steigenden Wohlstandes gleichmäßig genießend, waren zu einem heilsameren Wettkampf berufen als zu dem blutigen der Waffen. Doch die Machthaber Frankreichs haben es verstanden, das wohlberechtigte, aber reizbare Selbstgefühl unseres großen Nachbarvolkes durch berechnete Missleitung für persönliche Interessen und Leidenschaften auszubeuten. Kaiser Napoleon erließ seinerseits folgende Proklamation. Angesichts der anmaßenden Ansprüche Preußens haben wir Einsprache getan. Diese ist verspottet worden. Vorgänge folgten, welche Verachtung für uns zeigten. Unser Land ist dadurch tief aufgeregt und augenblicklich erschallt das Kriegsgeschrei von einem Ende Frankreichs zum anderen. Es bleibt uns nichts mehr übrig, als unsere Geschicke dem Lose, welches die Waffen werfen, zu überlassen. Wir bekriegen nicht Deutschland, dessen Unabhängigkeit wir achten. Wir haben die besten Wünsche dafür, dass die Völker, welche das große deutsche Volkstum ausmachen, frei über ihre Geschicke verfügen. Was was uns betrifft, so verlangen wir die Aufrichtung eines Standes der Dinge, welche unsere Sicherheit verbürge und unsere Zukunft sicherstelle. Wir wollen einen dauerhaften Frieden erlangen, begründet auf die wahren Interessen der Völker. Wir wollen, dass dieser elende Zustand aufhöre, bei dem alle Nationen ihre Hilfsquellen aufwenden, um sich gegenseitig zu bewaffnen. Welche Lektion, welche gewaltige Lektion spricht aus diesem Schriftstück, wenn man es mit den folgenden Ereignissen zusammenhält? Also, um Sicherheit, um dauernden Frieden zu erlangen, wurde dieser Feldzug von Frankreich unternommen? Und was ist daraus entstanden? La ne terrible und dauernde, noch immer dauernde Feindschaft? Nein, nein, mit Kohle lässt sich nicht weiß färben, mit Asaf Hötida nicht Wohlgeruch verbreiten und mit Krieg nicht Frieden sichern, dieser elende Zustand, auf den Napoleon anspielte. Wie hat der sich seither noch verschlimmert? Es war dem Kaiser ernst, voller Ernst mit dem Plane, eine europäische Abrüstung anzubahnen. Ich habe es durch seine nächsten Verwandten mit Bestimmtheit erfahren. Aber die Kriegspartei hat ihn gedrängt, gezwungen und er gab nach. Dennoch konnte er sich nicht enthalten, in der Kriegsproklamation selber seine Lieblingsidee anklingen zu lassen. Es sollte deren Verwirklichung nur hinausgeschoben sein, nach dem Feldzug, nach dem Siege, sagte er sich zum Trost. Es ist anders gekommen. Auf welcher Seite also unsere Sympathien standen? Wenn man dazu gelangt, den Krieg an und für sich zu verabscheuen, wie das bei Friedrich und mir der Fall war, so kann das echte naive Passionieren für den Ausgang eines Feldzuges nicht mehr eintreten. Die einzige Empfindung ist eben die, hätte er nur nie begonnen dieser Feldzug und wäre er nur schon aus. Ich glaubte nicht, dass der gegenwärtige Krieg lange Dauern und bedeutende Folgen haben werde. Zwei oder drei gewonnene Schlachten hier oder dort und man würde sicherlich parlamentieren und dem Ding ein Ende machen. Um was schlug man sich denn eigentlich um gar nichts? Das Ganze war mehr eine Art Waffenpromenade von den Franzosen aus ritterlicher Abenteuerlust, von den Deutschen aus tapferer Verteidigungspflicht unternommen. Ein paar getauschte Säbelhiebe und die Gegner würden sich wieder die Hände reichen. Tören, die ich war, als ob die Folgen eines Krieges im Verhältnis zu den Ursachen seines Entstehens blieben. Der Verlauf ist es, der die Folgen bestimmt. Gern hätten wir Paris verlassen, denn der ganze von der Bevölkerung gezeigte Enthusiasmus berührte uns höchst peinlich. Aber der Weg nach Osten war nunmehr versperrt. Auch hielt uns der Bau unseres Hauses zurück. Kurz, wir blieben. Geselligen Umgang hatten wir beinahe keinen mehr. Alles, was nur konnte, hatte Paris geflohen und unter den obwaltenden Umständen dachte auch unter den zurückgebliebenen keiner daran, Einladungen auszuteilen. Nur einige unserer Bekannten aus literarischen Kreisen, die noch anwesend waren, suchten wir Krieges war es Friedrich interessant, die betreffenden Urteile und Ansichten der hervorragenden Geister kennenzulernen. Da war ein ganz junger Schriftsteller, der später zu solcher Berühmtheit gelangte, Gude Maupassant, von dessen Äußerungen, die mir aus der Seele gesprochen waren, ich einige in die roten Hefte eintrug. Der Krieg, wenn ich nur an dieses Wort denke, so überkommt mich ein Grauen, als spräche man mir von Hexen, von Inquisition, von einem entfernten, überwundenen, abscheulichen, naturwidrigen Dinge. Der Krieg, sich schlagen, erwürgen, niedermetzeln und wir besitzen heute zu unserer Zeit mit unserer Kultur, mit dem so ausgedehnten Wissen auf so hoher Stufe der Entwicklung, auf der wir angelangt zu sein glauben, wir besitzen Schulen, wo man lernt zu töten, auf recht große Entfernung zu töten, eine recht große Anzahl auf einmal. Das Wunderbare ist, dass die Völker sich dagegen nicht erheben, dass die ganze Gesellschaft nicht revoltiert bei dem bloßen Worte Krieg. Jeder, der regiert, ist ebenso verpflichtet, den Krieg zu vermeiden, wie ein Schiffskapitän verpflichtet ist, den Schiffbruch zu vermeiden. Wenn ein Kapitän sein Schiff verloren hat, wird er vor ein Gericht gestellt und verurteilt, falls man erkennt, dass er sich Nachlässigkeit zu Schulden kommen ließ, warum wird die Regierung nach jedem erklärten Kriege nicht gerichtet? Wenn die Völker das verständen, wenn sie sich weigerten, ohne Grund sich töten zu lassen, dann wäre es mit dem Kriege aus. Und Ernest Renant ließ sich also vernehmen. Ist es nicht herzzerreißend zu denken, dass alles, was wir Männer der Wissenschaft in 50 Jahren aufzubauen bestrebt waren, mit einem Schlage zusammengestürzt ist? Die Sympathien zwischen Volk und Volk, das gegenseitige Verständnis, das fruchtbare Zusammenarbeiten, wie tötet ein solcher Krieg die Wahrheitsliebe? Welche Lüge, welche Verleumdung des einen Volkes wird nun nicht aufs Neue in den nächsten 50 Jahren von dem anderen mit Begierde geglaubt werden und sie für unabsehbare Zeiten voneinander trennen? Welche Verzögerung des europäischen Fortschrittes! In hundert Jahren werden wir nicht wieder aufrichten können, was diese Menschen an einem Tage heruntergerissen haben. Ich hatte auch Gelegenheit, einen Brief zu lesen, den Gustave Flaubert in jenen ersten Juli-Tagen, als eben der Krieg ausgebrochen war, an Georges gefordert glaubt, zweitens, weil der natürliche Zustand des Menschen die Wildheit ist, drittens, weil der Krieg ein mystisches Element in sich hat, das die Menschen fortreißt. Sind wir wieder zu den Rassenkämpfen gekommen? Ich fürchte es. Die schrecklichen Schlachten, die sich vorbereiten, haben nicht einmal einen Vorwand für sich. Es ist die Lust, sich zu schlagen, um sich zu schlagen. Ich beklage die gesprengten Brücken und Tunnels, alle diese menschliche Arbeit, die verloren geht. Sie haben gesehen, dass ein Herr in der Kammer die Plünderung des Großherzogtums Baden vorgeschlagen hat. Ach, dass ich nicht bei den Beduinen sein kann. Ach, rief ich, als ich diesen Brief zu Ende gelesen, dass wir nicht 500 Jahre später geboren sind, das wäre noch besser als die Beduinen. So lange werden die Menschen zu werden, entgegnete Friedrich zuversichtlich. Das war jetzt das Stadium der Proklamationen und der Armeebefehle. Immer wieder die alte Leier und immer wieder das zu Beifall und Begeisterung hingerissene Publikum. Über die in den Manifesten verbirgten Siege wird gejubelt, als wären dieselben bereits erfochten. Am 28. Juli erließ Napoleon III. vom Hauptquartier in Metz folgende Urkunde. Auch diese habe ich eingetragen, nicht etwa aus geteilter Bewunderung, sondern aus Zorn über das ewig gleiche hohle Phrasenwerk. Wir verteidigen Ehre und Boden des Vaterlandes. Wir werden siegen. Nichts ist zu viel für die ausharrenden Anstrengungen der Soldaten Afrikas, der Krim, Chinas, Italiens und Mexikos. Noch einmal werdet ihr beweisen, was eine französische Armee vermag, die von Vaterlandsliebe durchglüht ist. Welchen Weg immer wir außerhalb unserer Grenzen einschlagen, wir finden dort die ruhmreichen Spuren unserer Väter. Wir werden uns ihrer würdig zeigen, von unseren Erfolgen hängt das Schicksal der Freiheit und der Zivilisation ab. Soldaten tue jeder seine Pflicht und der Gotter Schlachten wird mit uns sein. Le Dieu des Armee durfte natürlich nicht fehlen. Dass die Führer besiegter Heere schon hundertmal dasselbe gesprochen, das hindert die anderen nicht, bei jedem neuen Feldzug wieder dasselbe zu sprechen und damit dasselbe Vertrauen zu wecken. Gibt es etwas Kürzeres und Schwächeres als das Gedächtnis der Völker? Am 31. Juli verlässt König Wilhelm Berlin und erlässt nachstehendes Manifest. Indem ich heute zur Armee gehe, um mit ihr für die Ehre und für die Erhaltung unserer höchsten Güter zu kämpfen, erlasse ich eine Amnestie für politische Verbrecher. Mein Volk weiß mit mir, dass Friedensbruch und Feindschaft nicht auf unserer Seite waren, aber schlossen, gleich unseren Vätern und in fester Zuversicht auf Gott den Kampf zu bestehen zur Errettung des Vaterlandes. Notwehr, Notwehr, das ist die einzig stadthafte Art des Tötens, daher rufen beide Gegner, ich wehre mich. Ist das nicht Widersinn? Nicht so ganz, denn über beiden waltet eine dritte Macht die Macht des überkommenen alten Kriegsgeistes. Nur gegen den sich zu verbünden. Neben den obigen Manifesten finde ich in meinen roten Heften eine Eintragung mit dem sonderbaren Titel überschrieben. Hätte Olivier die Tochter Meyerbeers geheiratet, wäre da der Krieg ausgebrochen? Die Sache verhielt sich so. Unter unseren Pariser Bekannten befand sich auch der Literat Alexander Weil und dieser war es, der obige Frage aufwarf, indem er uns Nachstehendes erzählte. Meyerbeer suchte einen talentvollen Mann für seine zweite Tochter und seine Wahl fiel auf meinen Freund Emil Olivier. Olivier ist Witwer. Er hat in erster Ehe die Tochter Liszt geheiratet, die der berühmte Pianist von der Gräfin Dagoul Daniel Stern hatte, mit der er lange Zeit im ehelichen Verhältnis lebte. Diese Ehe war sehr glücklich und Olivier hatte den Ruf eines tugendhaften Ehemannes. Er besaß kein Vermögen, aber als Redner und Staatsmann war er schon berühmt. Meyerbeer habe ich, es war im April des Jahres 1864 einen großen Ball, dem die meisten Zelebritäten der Kunst und der Wissenschaft beiwohnten und wo natürlich Olivier, der von mir von der Absicht Meyerbeers unterrichtet war, die erste Rolle spielte. Er gefiel Meyerbeer, die Sache war nicht leicht in Gang zu bringen. Meyerbeer kannte die unabhängige Originalität seiner zweiten Tochter, die nie einen anderen Gatten als den ihrer wurde verabredet, dass Olivier nach Baden komme, um dort dem Mädchen zufällig vorgestellt zu werden, als Meyerbeer plötzlich 14 Tage nach diesem Ball starb. Olivier war es, erinnern sie sich, der ihm im Nordbahnhof eine Trauer und Lobrede hielt. Nun behaupte ich, ja, ich bin dessen sicher, hätte Olivier die Tochter Meyerbeers geheiratet. Der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland wäre nicht ausgebrochen. Hier meine plausiblen Beweise. Vorerst hätte Meyerbeer, der das Kaisertum bis zur Verachtung hasste, nie seinem Tochtermann erlaubt, Minister des Kaisers zu werden. Man weiß, dass, wenn Olivier der Kammer gedroht hätte, er seine Demission zu geben, als den Krieg zu erklären, dieselbe Kammer nie den Krieg erklärt hätte. Der gegenwärtige Krieg ist das Werk dreier intimer Stuben und Geheiminister der Kaiserin mit Namen Jérôme David, Paul de Castagnac und Duc de Grammont. Die Kaiserin von dem Papst der Aufgereiz, dessen religiöse Puppe sie ist, wollte diesen Krieg, an dessen Sieg sie nicht zweifelte, um die Nachfolge ihres Sohnes zu sichern. Sie sagte Und die drei oben genannten päpstlichen Anabaptisten waren ihre geheimen Werkzeuge um den Kaiser, der keinen Krieg wollte, und die Kammer durch falsche und verhehlte Depeschen aus Deutschland zum Krieg zu zwingen. Das nennt man Diplomatie, unterbrach ich schaudernd. Hören Sie weiter, fuhr Alexander Weil fort. Den 15. Juli sagte mir Olivier, den ich antraf, der Friede ist gesichert, er gebe ich meine Demission. Woher nun kam es, derselbe Mann einige Tage später, statt seine Demission zu geben, den Krieg selbst, wie er in der Kammer sagte, erklärte? Leichten Herzens, rief ich mit neuem Schauer. Hier liegt ein Geheimnis, das ich aufklären kann. Der Kaiser, für den das Geld nie einen anderen Wert hat, als um Liebe und glaubt, wie Jugurter in Rom. Ganz Frankreich wäre feil, die Männer wie die Weiber hat die Gewohnheit, wenn er einen Minister annimmt, der nicht reich ist, ihn durch ein Geschenk von einer Million Franken näher an sich zu fesseln. Darü allein, der mir dieses Geheimnis entdeckte, lehnte dieses Geschenk ab, Timio Danaos et Dona Ferentes, und er allein nicht gebunden, gab seine Demission. Solange der Kaiser zauderte, erklärte sich Olivier mit der goldenen Kette an seinen Meister gefesselt, neutral, eher für den Frieden. Sobald aber der Kaiser von seiner Frau und ihren drei ultramontanen Anna-Baptisten erklärte sich auch Olivier für den Krieg und entseelte sich lebendig mit leichtem Herzen und voller Tasche. Ende von Abschnitt 34 Gelesen von Eva K. Abschnitt 35 von Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Buch 1870-71 Teil 2 Oh Monsieur, oh Madame, welches Glück, welche große Nachricht! Mit diesen Worten stürzten eines Tages Friedrichs Kammerdiener und hinter ihm der Koch in unser Zimmer. Es war am Tage von Wörth. Was gibt's? An der Börse ist eine Depesche angeschlagen. Wir haben gesiegt! Die Armee des Königs von Preußen ist so gut wie vernichtet. Die Stadt schmückt sich mit dreifarbigen Fahnen. Es soll heute Abend illuminiert werden. Im Laufe des Nachmittags stellt sich jedoch heraus, dass die Nachricht eine falsche, ein Börsenmanöver war. Olivier hält von seinem Balkon aus eine Ansprache an die Menge. Nun desto besser. Wenigstens würde man Trüstung über die Invasion nicht heftig genug Ausdruck geben. Der Ruf a Berlin bedeutete doch auch beabsichtigten Einfall. Doch daran war nichts entrüstendes, dass aber die östlichen Barbaren in das schöne gottgeliebte Frankreich einzufallen sich unterstanden, das war schier Wildheit, Frevel, dem musste rasch gesteuert werden. Der interimistische Kriegsminister erlässt ein Dekret, dass alle rüstigen Bürger von 30 bis 40 Jahren, welche der Nationalgarde noch nicht angehören, derselben sofort einverleibt werden müssen. Es bildet sich ein Ministerium der Landesverteidigung. Die bewilligte Kriegsanleihe von 500 wird auf 1000 Millionen erhöht. Ganz herzerfrischend ist es, wie opferfähig, die Leute über das Geld und das Leben der anderen stets verfügen. Eine kleine finanzielle Unannehmlichkeit macht sich dem Publikum zwar sogleich fühlbar. Wenn man Banknoten wechseln will, muss man dem Wechsler 10% zahlen. Es ist nicht so viel Gold vorhanden, als die Bank von Frankreich Noten ausgeben darf. Und jetzt deutscherseits Sieg auf Sieg. Die Physiognomie der Stadt Paris Statt der stolzen prahlerischen kampfesfrohen Laune tritt Bestürzung und grimmiger Zorn ein. Immer mehr verbreitet sich das Gefühl, dass eine Vandalenhorde über das Land niedergegangen etwas Schreckhaftes Unerhörtes wie etwa eine Heuschreckenwolke oder sonst eine Naturplage. Dass Sie mit ihrer Kriegserklärung diese Plage selber herauf beschworen, dass sie dieselbe für unerlässlich hielten, damit ja nicht etwa ein Hohenzollern in ferner Zukunft auf die Idee kommen könne, um den spanischen Thron zu werben, das hatten sie vergessen. Über den Feind kommen entsetzliche Märchen in Umlauf. Die Ulanen, die Ulanen, das hat einen fantastisch dämonischen Klang, beinahe als hieße es das wilde Heer. In der Einbildung der Leute nimmt diese Truppengattung ein teuflisches Wesen an. Wo Reich ausgeführt wird, wird er den Ulanen zugeschrieben, eine Art Halbmenschen ohne Sollt darauf angewiesen, von Beute zu leben. Neben den Schauergerüchten entstehen aber auch wieder Triumphgerüchte. Das Erfolg vor Lügen gehört mit zu den Chauvinisten Pflichten. Natürlich, der Mut muss aufrechterhalten werden. Das Gebot der Wahrhaftigkeit wie so viele andere Sitten Gebote verliert seine Gültigkeit im Kriege. Aus der Zeitung Le Volontaire diktierte mir Friedrich folgende Stelle für meine roten Hefte. Bis zum 16. August haben die Deutschen schon 144.000 Mann verloren. Der Rest ist dem Verhungern nahe. Aus Deutschland ziehen die letzten Reserven herbei. La Land Sturm Alte Männer von 60 Jahren mit Feuerstein gewähren an der rechten Seite eine ungeheure Tabaksdose an der linken eine noch größere Schnapsflasche im Munde eine lange tönerne Pfeife keuchend unter der Last des Turnisters auf welchem die Kaffeemühle und in welchem der Fliedertee nicht fehlen darf ziehen sie hustend und sich schneuzend vom rechten an das linke Rheinufer diejenigen verfluchend welche sie den Umarmungen ihrer Enkel entrissen haben um sie dem sicheren Tode entgegen zu führen was die deutscherseits gebrachten Siegesnachrichten anbelangt so sind dies die bekannten preußischen Lügen Am 20. August verkündet Graf Palikau in der Kammer dass drei gegen Bazaine vereinte Armeekorps in die Steinbrüche von Jomont geworfen wurden sehr gut sehr gut zwar weiß niemand was das für Steinbrüche seien und wo selbe gelegen sind und wie sich die drei Armeekorps darin verhalten das macht sich auch niemand klar aber von Mund zu Mund geht die frohe Botschaft sie wissen schon in den Steinbrüchen ja ja von Jomont keiner äußert einen Zweifel oder eine Frage es ist als ob alle aus der Gegend von Jomont gebürtig wären und die Armee verschlingenden Steinbrüche so gut kennten wie ihre Tasche um um diese Zeit tauchte auch das Gerücht auf der König von Preußen sei aus Verzweiflung über den Zustand seines Heeres verrückt geworden man hört nur noch Ungeheuerlichkeiten die Aufregung das Fieber der Bevölkerung nimmt stündlich zu der Krieg labar hat aufgehört als Waffenspaziergang betrachtet zu werden man fühlt dass die losgelassenen Gewalten jetzt Furchtbares über die Welt bringen es ist nur noch von vernichtenden Heeren von wahnsinnigen Führern von teuflischen Horden von Kampf bis aufs Messer die Rede ich höre es donnern und grollen was sich da erhebt ist der Sturm der Wut und der Verzweiflung der Kampf um Basel bei Metz wird geschildert als wären dort von den Bayern die unmenschlichsten Gräuel verübt worden glaubst du das fragte ich Friedrich glaubst du das von den gutmütigen Bayern es mag ja sein ob Bayer oder Turko ob Deutscher Franzose oder Indianer der sich seines Lebens wehrende und zum Töten ausholende Krieger hat allemal aufgehört menschlich zu sein was in ihm geweckt und gewaltsam aufgestachelt worden ist ja eben die Bestie Metz gefallen so lautete an jenem Tage die zwar noch verfrühte aber einige Zeit später doch zur Wahrheit gewordene Nachricht die in der Stadt wie ein einziger großer Schreckensschrei wiederhalte mir ist die Nachricht von der Einnahme einer Festung eher eine erleichterung bringende Botschaft denn ich denke das gibt doch eine Entscheidung und danach nur dass die blutige Partie aus sei nur danach geht mein Sehnen aber nein nichts ist noch entschieden es sind ja noch mehr Festungen da Nach einer Niederlage heißt es nur sich aufraffen und doppelt kräftig entgegenhauen das Glück der Waffen kann ja wechseln jawohl bald dort bald hier kann der Vorteil sein wäre dabei nur nicht auf beiden Seiten der sichere Jammer der sichere Tod fest 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 ich kann den gedanken selten zweck sondern strategischer schach zu ist es ist unfasslich um einer voraussichtlich langen belagerung widerstehen zu können verproviantiert sich die Stadt bis jetzt allen Erfahrungen gemäß hat es noch keine uneinnehmbaren Festungen gegeben die Kapitulation ist stets nur eine Frage der Zeit und immer wieder werden Festungen errichtet immer wieder werden sie mit Vorräten versehen trotz der mathematischen Unmöglichkeit sich auf die Dauer vor Aushungerung zu schützen die getroffenen Maßregeln sind großartig es werden Mühlen eingerichtet und Viehparks angelegt aber schließlich muss der Augenblick doch kommen wo das Korn ausgeht und das Fleisch verzehrt ist aber so weit denkt man nicht bis dahin ist der Feind über die Grenze zurück gedrängt oder im Land vernichtet der Vaterländischen Armee schließt sich meldet sich zum Dienst oder wird dazu herangezogen so werden zur Besatzung von Paris sämtliche Feuerwehrleute des Landes berufen in der Provinz mag es unterdessen brennen was liegt daran so kleine Unglücksfälle verschwinden wo es sich um ein Nationaldesastre handelt am 17. August sind schon 60.000 Pompiers in die Hauptstadt eingerückt auch die Matrosen werden einberufen und täglich bilden sich neue Truppenkörper unter verschiedenen Namen Volontaire Eclaireur Frontier in immer beschleunigterer Bewegung folgen einander nun die Ereignisse aber nur noch kriegerische Ereignisse alles andere ist aufgehoben rings um uns wird nichts anderes mehr gedacht als Mordeaux Prussion ein Sturm des wilden Hasses sammelt sich an noch ist er nicht losgebrochen aber man hört ihn rauschen in allen offiziellen Kundgebungen in allem Gassenlärm in allen öffentlichen Vorkehrungen immer nur das eine Ziel Mordeaux Prussion all diese Truppen regelmäßige und unregelmäßige diese Munitionen diese nach den Befestigungen drängenden Arbeiter mit ihren Werkzeugen und Karren diese Waffentransporte alles was man sieht und was man hört das deutet in Formen und in Tönen das blitzt und poltert das funkelt und tost Mordeaux Prussion oder mit anderen Worten dann klingt es freilich wie ein Ruf der Liebe und durchglüht auch weiche Herzen Pour la Patrie aber es ist dennoch dasselbe ich fragte Friedrich du bist doch preußischer Abstammung wie berühren dich diese von allen Seiten laut werdenden feindlichen Gesinnungen dieselbe Frage hast du schon im Jahre 1866 an mich gerichtet und damals antwortete ich dir wie auch heute dass ich unter diesen Hassäußerungen nicht als Landesangehöriger sondern als Mensch leide fasse ich die Gesinnungen der Leute hier vom nationalen Standpunkt auf so kann ich ihnen nur Recht geben sie nennen es La En Sacré de l'Ennemi und diese Regung bildet einen wichtigen Bestandteil des kriegerischen Patriotismus in diesem einen Gedanken gehen sie nun auf ihr Land von dem feindlichen Einfall wieder zu befreien dass sie die Einfallenden durch ihre Kriegserklärung gerufen das vergessen sie sie haben es ja auch nicht selber getan sondern ihre Regierung welcher sie aufs Wort glaubt dass sie es tun musste und jetzt verlieren sie keine Zeit mit Vorwürfen mit Erwägungen wer das Unglück heraufbeschworen es ist nun einmal da und alle Kraft alle Begeisterung wird darauf verwendet es wieder abzuwenden oder mit sorglosem Opfermut vereint zugrunde zu gehen glaube mir es liegt viel edle Liebesfähigkeit in uns Menschen Kindern schade nur dass wir sie in den alten Feindschaftsgeleisen vergeuden und drüben die Gehassten die Einfallenden die Rothaarigen östlichen Barbaren was tun die sie sind herausgefordert worden und sie dringen in das Land derjenigen ein welche das ihre zu überfallen drohten erinnerst du dich noch wie dieser Ruf die ganze Stadt durchschallte sogar von den Dächern der Omnibusse herab nun marschieren jene nach Paris warum rechnen ihnen das die aber lagerrufer als Verbrechen an weil es keine Logik und keine Gerechtigkeit geben kann in jenem Nationalgefühl dessen oberster Grundsatz der ist wir sind wir das heißt die Ersten die anderen sind Barbaren und jener Vormarsch der Deutschen von Sieg zu Sieg flößt mir Bewunderung ein ich bin doch auch Soldat gewesen und weiß was an dem Begriffe Sieg für ein Zauber haftet welcher Stolz welcher Jubel da hineingelegt wird ist es doch das Ziel der Lohn für alle gebrachten Opfer für den Verzicht auf Ruhe und Glück für das eingesetzte Leben warum bewundern aber die überwundenen Gegner die jedoch auch Soldaten sind und wissen welcher Ruhm den Sieg begleitet warum bewundern die ihre Überwinder nicht warum heißt es niemals in einem Schlachtbericht der verlierenden Partei der Feind hat einen glorreichen Sieg errungen weil ich wiederhole es der Kriegsgeist und der patriotische Egoismus die Verneinung aller Gerechtigkeit ist so kam es ich sehe es aus allen unseren in den roten Heften eingetragenen Gesprächen aus jenen Tagen dass wir an gar nichts anderes dachten denken konnten als an den Verlauf des gegenwärtigen Völker Duells unser Glück unser armes Glück wir hatten es aber wir durften es nicht genießen ja alles besaßen wir was uns einen lieblichen Himmel auf Erden schaffen konnte grenzenlose Liebe Reichtum Rang den herrlich sich entwickelnden Knaben Rudolf unser Herzenspüppchen Silvia Unabhängigkeit Reges Interesse an der Welt des Geistes Aber das alles war wie hinter einen Vorhang gestellt Wie durften wie konnten wir an unseren Freuden uns laben während um uns alles litt und zitterte schrie und tobte das ist als wollte man es sich recht gemütlich tun an Bord eines sturm gepeitschten Schiffes Ein theatralischer mensch dieser trochu berichtete mir friedrich eines tages es war am fünfundzwanzigsten august was wurde heute für ein effekt coup ausgeführt darauf verfällst du nimmer die Frauen zum Militärdienst einberufen ried ich um Frauen handelt es sich wohl aber sie sind nicht einberufen im Gegenteil also die Marketenderinnen abgeschafft oder die barmherzigen Schwestern noch immer nicht erraten Abschaffung ist zwar dabei und Marketenderinnen insofern sie den Becher der Lust reichen und barmherzig in gewissem Sinn sind die Abgeschafften auch kurz ohne weitere Charade die Demimonde wird ausgewiesen und das hat der Kriegsminister verfügt welcher Zusammenhang ich finde auch keinen aber die Leute sind über die Maßregel entzückt einmal sind sie immer froh wenn etwas geschieht von jeder neuen Verordnung erwarten sie eine Wendung wie manche Kranke die jedes angewandte Mittel als mögliches Heilmittel begrüßen wenn das Laster aus der Stadt getrieben ist meinen die Frommen wer weiß ob dann der offenbar erzürnte Himmel nicht wieder seine Huld über die Bewohner ergießt und jetzt da man sich auf die ernste entbehrungsvolle Zeit der Belagerung vorbereitet was sollen da die tollen verschwenderischen hetären so erscheint den meisten die betroffenen ausgenommen die Maßregel als eine würdevolle moralische und nebst bei noch eine patriotische da eine große Anzahl dieser Frauen Fremde sind Engländerinnen Südländerinnen ja sogar Deutsche vielleicht Spioninnen darunter nein nein jetzt hat die Stadt nur Platz für ihre eigenen Kinder und nur für ihre tugendhaften Kinder Am 28. August kam es noch schlimmer wieder eine Ausweisung binnen drei Tagen hatten alle Deutsche Paris zu verlassen das Gift das tödliche langwirkende welches in dieser Maßregel lag davon hatten die Rezeptschreiber wohl keine Ahnung damit war der deutschen Hass geweckt wie lange dieses Unglück noch über den Krieg hinaus furchtbare Früchte tragen sollte das weiß ich heute von da ab waren Frankreich und Deutschland diese zwei großen blühenden herrlichen Länder nicht mehr zwei Nationen deren Heere einen ritterlichen Zweikampf ausfochten in das ganze Volk drang der Hass für das ganze gegnerische Volk die Feindschaft ward zu einer Institution erhoben die sich nicht auf die Dauer des Krieges beschränkt sondern als Erbfeindschaft ihren Bestand unter kommenden Geschlechtern sichert ausgewiesen binnen drei Tagen die Stadt verlassen müssen ich hatte Gelegenheit zu sehen wie hart wie unmenschlich hart dieser Befehl manche brave harmlose Familie traf unter den Geschäftsleuten welche uns zu der Ausstattung unseres Heims waren lieferten befanden sich mehrere deutsche ein wagenfabrikant ein tapezierer und ein kunsttischler seit zehn bis zwanzig jahren in paris niedergelassen wo sie einen häuslichen herd gegründet wo sie sich durch heirat mit parisern verschwägert hatten wo sie alle ihre geschäftlichen verbindungen besaßen und jetzt mussten sie fort binnen drei tagen fort ihr haus verschließen alles verlassen was ihnen lieb und gewohnt war ihr vermögen ihre kundschaft ihren erwerb einbüßen bestürzt kamen die armen wichte zu uns gerannt und teilten uns das unglück mit das sie betroffen auch die arbeit die sie eben für uns zu liefern im begriffe waren musste eingestellt die werkstätte geschlossen werden händeringend und mit tränen in den augen klagten sie uns ihr leid ich habe einen kranken alten vater sagte der eine und meine frau sieht täglich ihrer niederkunft entgegen und in drei tagen müssen wir fort ich habe keinen zu im hause jammerte der andere alle meine kunden die mir geld schulden werden nicht so schnell ihre verpflichtungen einhalten und ich selbst kann nun meine arbeiter welche franzosen sind nicht auszahlen noch acht tage und ich hätte eine große bestellung erledigt die mich zum wohlhabenden mann gemacht hätte und jetzt muss ich alles im stich lassen und warum warum war alles das über die armen hereingebrochen weil sie einer nation angehörten deren heer erfolgreich seine pflicht tat oder weil um in die ursachen kette weiter zurück zu greifen weil ein hohen zollern vielleicht in zukunft einen angetragenen spanischen thron anzunehmen sich einfallen lassen könnte nein auch dieses weil ist nicht bei der letzten ursache angelangt dasselbe deckt nur den vorwand nicht die ursache zu jenem kriege cedan kaiser napoleon hat seinen degen übergeben die nachricht überwältigte uns da war denn richtig eine große geschichtliche katastrophe eingetreten die französische armee geschlagen ihr führer schwach und matt so war die partie denn aus von deutschland glänzend gewonnen aus aus jubelte ich gäbe es schon leute die das recht hätten sich weltbürger zu nennen die könnten heute ihre fenster beleuchten gäbe es schon tempel der humanität aus diesem anlaß müssten tedeums gesungen werden die schlechterei ist aus frohlocke nicht zu früh mein schatz mahnte friedrich dieser krieg hat schon lange nicht mehr den charakter einer auf dem brette der schlachtfelder gekämpften partie die ganze nation kämpft mit für eine vernichtete armee werden zehn neue aus dem boden gestampft wäre denn das gerecht es sind doch nur deutsche soldaten ins land gedrungen nicht das deutsche volk also kann man ihnen nur wieder französische soldaten gegenüber stellen an dass du immer wieder an gerechtigkeit und vernunft appellierst du unvernünftige einem rasenden gegenüber frankreich rast vor schmerz und zorn und vom standpunkt der vaterlandsliebe ist sein schmerz heilig sein zorn gerechtfertigt was sie nun auch verzweifeltes tun persönliche ich sucht ist nicht dabei sondern höchster opfermut wenn nur die zeit schon da wäre wo die tugendkraft die dem menschenverbande inne wohnt von der vernichtungsarbeit ab und der beglückungsarbeit zugewendet würde aber dieser unselige krieg hat uns von diesem ziele wieder ein gutes stück zurück geschleudert nein nein ich hoffe der krieg ist jetzt zu ende wenn auch was ich übrigens bezweifle es sind die saaten zukünftigen kriegen gestreut und wäre es nur die hassessaat welche die ausweisung der deutschen enthält so etwas wirkt weit über das lebende geschlecht hinaus der vierte september wieder ein gewalt akt ein leidenschaft ausbruch und zugleich wieder ein heilmittel zur rettung des vaterlandes der kaiser wird abgesetzt frankreich erklärt sich als republik was napoleon der dritte und seine armee getan es gilt nicht fehlgriffe verrat feigheit das alles haben einige personen der kaiser und seine generäle verbrochen das hat nicht frankreich getan dafür ist es nicht verantwortlich indem der thron gestürzt ward hat man die blätter worauf metz und sedant verzeichnet stehen einfach aus dem buche von frankreichs geschichte herausgerissen jetzt erst wird das land selber krieg führen wenn anders deutschland es wagt die verruchte invasion fortzusetzen wie aber wenn napoleon gesiegt hätte fragte ich als mir friedrich obige mitteilungen gemacht dann hätten sie seinen sieg und seinen ruhm als des landes sieg und ruhm aufgefasst ist das gerecht kannst du dir diese frage denn nicht abgewöhnen meine hoffnung dass die katastrophe von sedant den feldzug zu seinem ende gebracht musste ich bald schwinden sehen alles um uns gebärdete sich kriegerischer als je die luft war mit wildem groll und heißer rachgier geladen groll gegen den feind und beinahe ebenso gegen die gestürzte dynastie die schmähreden die pamphlete die jetzt auf kaiser und kaiserin und auf die unglücklichen feldherren regneten die verdächtigungen und verleumdungen der schimpf der spott es war ekelerregend damit glaubte die rohe menge die ganze niederlage vom lande auf ein paar menschen abzuwälzen und nun diese menschen zu boden lagen bewarf man sie mit kot und steinen und jetzt erst würde das land es zeigen dass es unüberwindlich sei die vorbereitungen zur verschanzung von paris werden eifrig fortgesetzt die gebäude in dem gefechtsbereich der haupt enceinte werden geräumt oder gar eingerissen die umgebung wird zur einöde truppen von menschen ziehen von draußen mit ihrem haushalt in die stadt oh diese traurigen züge von wagen und pack pferden und beladenen menschen die da die trümmer ihrer aufgestörten herde durch die straßen wälzen das hatte ich schon einmal in böhmen gesehen wo das arme landvolk vor dem siegenden feinde floh und nun musste ich in der fröhlichen glänzenden weltstadt das gleiche jammerbild erschauen es waren dieselben ängstlichen trüben minen dieselbe mühseligkeit und hast dasselbe weh endlich gottlob wieder einmal eine gute nachricht durch englische vermittlung angeregt wird in ferriere eine zusammenkunft zwischen jules favre und bismarck veranstaltet da würde man doch zu einer einigung zu einem friedensschluss gelangen im gegenteil die kluft wird jetzt erst recht offenbar schon seit einiger zeit wird von den deutschen zeitungen die besitznahme von elsa lothringen befürwortet man will das ehemals deutsche land sich wieder einverleiben das historische argument für den anspruch auf diese provinzen zeigt sich nur teilweise haltbar daneben wird das strategische argument vorgebracht als bollwerk bei voraussichtlichen zukünftigen kriegen unentbehrlich und bekanntlich sind ja die strategischen gründe die hoch wichtigsten die unumstößlichsten daneben darf sich ein ethischer grund erst in zweiter linie geltend machen andererseits die kriegspartie war von frankreich verloren worden war es nicht billig dass dem gewinner ein preis zu viel hätten im falle ihres erfolges die franzosen nicht die rheinprovinzen sich aneignen wollen wenn der ausgang eines krieges nicht für den einen oder den anderen teil gebietserweiterung zur folge haben soll wozu wird dann überhaupt krieg geführt unterdessen lässt das siegreiche heer im vormarsche sich nicht abhalten die deutschen sind schon vor den toren von paris die abtretung elsass lothringens wird offiziell verlangt dagegen erhebt sich der bekannte ausspruch keinen zoll unseres territoriums keinen stein unserer festungen pas un puce pas un pierre ja ja tausend leben nur keinen zoll erde das ist der grundgedanke des patriotischen geistes man will uns demütigen riefen die französischen patrioten er wird sich das erbitterte paris unter seinen trümmern begraben fort fort entscheiden wir jetzt wozu ohne notwendigkeit in einer belagerten fremden stadt verbleiben wozu unter leuten leben die von keinen anderen als hass und rache gedanken erfüllt sind die uns mit schälen blicken und oft mit geballten fäusten betrachten wenn sie uns deutsch reden hören freilich ohne schwierigkeiten konnten wir jetzt nicht mehr aus paris aus frankreich hinaus man hatte überall gefechtsgebiete zu passieren der eisenbahnverkehr war für privatreisende häufig verschlossen unseren neubau im stiche lassen war auch nicht angenehm aber gleich viel unseres bleibens war nicht mehr eigentlich waren wir schon viel zu lange dageblieben die erregungen die ich in letzter zeit durchgemacht hatten mich so stark erschüttert dass meine nerven darunter litten ich wurde häufig von schüttelfrost und ein paar mal auch von weinkrämpfen befallen schon waren unsere koffer verpackt und alles zur abfahrt bereit als ich wieder einen anfall bekam diesmal so heftig dass ich ins bett gebracht werden musste der der herbeigeholte arzt erklärte dass ein nervenfieber oder gar eine gehirnentzündung im anzug sei und man vorläufig nicht daran denken dürfe mich den strapazen einer reise auszusetzen ich lag lange lange wochen da nieder nur eine sehr traumhafte erinnerung ist mir von dieser ganzen zeit geblieben und sonderbar eine süße erinnerung ich war doch schwer krank und trauriges und schauriges trug in dem orte meines aufenthaltes eine belagerte stadt unaufhörlich sich zu und dennoch wenn ich daran zurückdenke es war eine eigentümlich freudenvolle zeit freuden ja so recht intensive freuden wie kinder sie zu empfinden pflegen die gehirnkrankheit die ich durchgemacht die fast immerwährende abwesenheit oder doch nur halbe anwesenheit des bewusstseins machte dass alles denken und urteilen alles erwägen und überlegen aus meinem kopf geschwunden war und nur ein vager daseins genuss zurückblieb wie solcher wie gesagt von kindern namentlich von zärtlich gewarteten kindern empfunden wird an zärtlicher wartung fehlte es mir nicht der gatte besorgt und liebend unermüdlich war tag und nacht um mich auch die kinder brachte er häufig an mein lager was mein rudolf mir alles vor erzählte ich verstand es meist nicht aber seine liebe stimme erklang mir wie musik und das zwitschern unserer kleinen silvia unserer herzenspuppe wie süß belustigte mich erst das da gab es hundert kleine scherze und einverständnisse zwischen friedrich und mir über das gebaren unserer tochter worin diese scherze bestanden das weiß ich auch nicht mehr aber ich weiß dass ich lachte und mich freute ganz unbändig jeder der gewohnten späße schien mir der gipfel der witzigkeit und je öfter wiederholt desto witziger und köstlicher und mit welcher wonne ich die gereichten tränkchen schlürfte da bekam ich täglich zur bestimmten Stunde eine limonade so etwas göttertrunk ähnliches habe ich während meines ganzen gesunden lebens nicht gekostet und allabendlich eine opiumhaltige arznei deren sanft einschläfernde in bewussten schlummer wiegende wirkung mich mit einem gefühle seliger ruhe durchrieselte dabei wusste ich dass der geliebte man an meiner seite war mich hütend und wahrend als seines herzens teuerster Schatz der krieg der draußen vor den toren wütete von dem wusste ich beinahe nichts mehr und wenn mir doch zuweilen eine erinnerung davon aufblitzte so betrachtete ich das Ding als etwas so fernliegendes so mich durchaus nicht berührendes als spielte es sich in China oder auf einem anderen Planeten ab meine Welt war hier in diesem kranken zimmer in diesem rekonvaleszenten zimmer vielmehr denn ich fühlte mich genesen dem glück entgegen dem glücke nein mit der genesung kam auch das verständnis wieder und die auffassung des grässlichen das uns umgab wir waren in einer belagerten hungernden frierenden jammer erfüllten Stadt der Krieg wütete noch fort inzwischen war der Winter hereingebrochen eisig kalt jetzt erfuhr ich erst was während meiner langen bewusstlosigkeit alles vorgefallen die Hauptstadt des Bruderlandes Straßburg die wunderschöne die echt deutsche die kerndeutsche Stadt ist beschossen worden ihre Bibliothek zerstört im ganzen vielen 193 722 Schüsse 4 oder 5 in der Minute Straßburg ist genommen das Land gerät in wilde Verzweiflung jene Verzweiflung welche in Raserei und Wahnsinn ausartet man schlägt im Nostradamus nach um darin Prophezeiungen der jetzigen Ereignisse zu finden und neue Seher lassen sich mit Weissagungen vernehmen Ärger noch Besessene treten auf es ist wie ein Rückfall in mittelalterliche Höllenfeuer durchzuckte Geistesnacht könnte ich zu den Beduinen rief Gustave Flaubert könnte ich in das halbbewusste Traumland mit meiner Krankheit zurück so klagte ich jetzt war ich wieder gesund und musste all das erfahren und erfassen was grauenvolles um uns vorging da begannen wieder die Eintragungen in die roten Hefte und ich finde folgende Notizen vor 1. Dezember Trochu setzt sich auf den Höhen von Champigny fest 2. Dezember Hartnäckiges Gefecht um Brie und Champigny 5. Dezember Die Kälte wird immer strenger Ach, die zitternden blutenden armen Wichte, die draußen im Schnee gebettet sterben Auch hier in der Stadt wird furchtbar an Kälte gelitten Der Verdienst ist auf Null gesunken Kein Feuerungsmaterial zu beschaffen Was gäbe mancher drum, wenn er nur ein paar Stückchen Holz da hätte Und wäre es der gewisse Thron von Spanien 21. Dezember Ausfall aus Paris 25. Dezember Eine kleine Abteilung preußischer Kavalerie wird aus den Häusern der Ortschaften Trot und Souget mit Flintenschüssen begrüßt Das ist Patriotenpflicht General General Kratz Befehlt die Züchtigung dieser Ortschaften Das ist Kommandantenpflicht Und lässt Brennen Anzünden lautet das Kommandowort Und die Leute vermutlich sanfte gutmütige Burschen Gehorchen Das ist Soldatenpflicht Und legen Den Brand An Die Flammen Schlagen Zum Himmel Und die Armen Heimstätten Stürzen Krachend Ein Über Mann Und Weib Und Kind Über Fliehende Weinende Brüllende Und Brennende Menschen Und Tiere O du Fröhliche O du Selige O du Heilige Weihnachtszeit Ende von Abschnitt 35 Gelesen von Ifa K. Abschnitt 36 von Die Waffen Nieder von Bertha von Suttner Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sechstes Buch 1870 71 Teil 3 Soll Paris nun ausgehungert werden oder auch beschossen? Gegen letztere Annahme sträubt sich das Kulturgewissen Diese Ville Luminière dieser Anziehungspunkt aller Völker diese glänzende Städte der Künste mit ihren unersetzlichen Reichtümern und Schätzen bombardieren wie die erste beste Zitadelle nicht denkbar Die ganze neutrale Presse so erfuhr ich später protestiert dagegen Die Presse der Kriegspartei in Berlin hingegen ermuntert dazu das sei das einzige Mittel den Krieg zu Ende zu führen und die Säenstadt erobern welcher Ruhm Die Proteste übrigens sind es gerade welche gewisse Kreise in Versailles bestimmen diese strategische Maßregel weiter ist ja eine Beschießung doch nichts zu ergreifen und so geschah es dass ich unter 28. Dezember mit zitternden Zügen niederschrieb es ist da wieder ein dumpfer Schlag eine Pause und wieder weiter schrieb ich nicht aber ich erinnere mich genau der Empfindungen jenes Tages in dem es ist da lag neben dem Schrecken eine gewisse Befreiung eine Erleichterung ein Nachlassen der beinahe schon unerträglich gewordenen Nervenanspannung was man so lange teils erwartet und befürchtet teils für Menschen unmöglich gehalten es war nun da wir saßen beim Gabelfrühstück das heißt wir aßen Brot und Käse die Lebensmittel waren schon karg Friedrich Rudolf der Hofmeister und ich als der erste Schlag ertönte wir alle erhoben betroffen die Köpfe und wechselten Blicke es sollte dies aber nein es war vielleicht ein zugefallenes Haustor oder sonst etwas nun war ja alles still wir nahmen das vorhin unterbrochene Gespräch wieder auf ohne nur des Gedankens zu erwähnen welchen jener Ton in uns erweckt hatte da nach drei bis vier Minuten kam es wieder Friedrich sprang auf das ist die Beschießung sagte er und eilte ans Fenster ich folgte ihm von der Straße drang ein Gemurmel herauf Gruppen hatten sich gebildet die Leute standen und horchten oder wechselten erregte Worte jetzt kam unser Kammerdiener in das Zimmer gestürzt zugleich erklang eine neue Salve zu der offenen Tür herein drängten nunmehr sämtliche anderen Diener und Dienerinnen bis herab zum Küchenjungen bei solchen Katastrophen Kriegs Feuer oder Wassernot da fallen alle gesellschaftlichen Schranken da laufen alle Bedrohten zusammen viel mehr als vor dem Gesetze mehr noch als vor dem Tode der in seinen Bestattungszeremonien solche Standesunterschiede kennt fühlen sich alle gleich vor der Gefahr jeder der zu uns in das Zimmer herbeigeeilt kam stieß diesen selben Ruf aus es war entsetzlich und dennoch ich erinnere mich genau meiner Empfindung ein gewisses bewunderndes Erschauern eine Art Genugtuung etwas so Gewaltiges zu erleben mittendrin zu sein in dieser schicksalsschweren Begebenheit und vor der eigenen Lebensgefahr dabei nicht zu erbeben die Pulse schlugen mir ich fühlte etwas wie wie soll ich sagen stolz des Mutes das Ding war übrigens weniger schauervoll als es im ersten Augenblick geschienen keine brennenden Gebäude keine angstschreienden Menschenhaufen keinen unaufhörlich die Luft durchschwirrenden Bombenhagel sondern immer nur dieses dumpfe ferne von langen und längeren Zwischenräumen getrennte Rollen man fing nach einiger Zeit beinahe an sich daran zu gewöhnen die Pariser wählten als Spaziergangsziel solche Punkte von welchen aus man die Kanonenmusik besser hören konnte hier und da fiel ein Geschoss auf die Straße und platzte aber wie selten kam einer dazu zufällig in der Nähe zu sein zwar fielen manche tödliche Bomben herab aber in der Millionenstadt hörte man von diesen Fällen nur so vereinzelt wie man auch sonst gewohnt ist unter den lokalen Nachrichten seiner Zeitung verschiedene Unglücksfälle zu vernehmen ohne dass es einem besonders nahe ginge ein Maurer von einem vierstock hohen Gerüst gefallen oder eine anständig gekleidete Frauensperson sich über das Brückengeländer in den Fluss gestürzt und der gleichen mehr der eigentliche Kummer der eigentliche Schrecken der Bevölkerung das war nicht das Bombardement das waren der Hunger die Kälte die Not aber eine solche Nachricht von einem unheilbringenden Geschoss hat mich tief erschüttert dieselbe kam in Form einer schwarz umrandeten Traueranzeige ins Haus Herr und Frau N geben Nachricht von dem Tode ihrer zwei Kinder François acht Jahre alt und Amelie vier Jahre welche eine durch das Fenster fliegende Bombe erschlagen hat um stille Teilnahme wird gebeten stille Teilnahme ich stieß einen lauten Schrei aus nachdem ich das Blatt überflogen ein Gedanke ein mit Blitzes Schnelle vor meinem inneren Auge erscheinendes Bild zeigte mir den ganzen Jammer der Traueranzeige lag ich sah unsere beiden Kinder Rudolf und Silvia nein es war nicht auszudenken die Nachrichten die man erhält sind spärlich alle Postkommunikation natürlich unterbrochen nur durch Brieftauben und Luftballons wird mit der Außenwelt verkehrt die Gerüchte die allenthalben auftauchen sind der widersprechendsten Art man meldet siegreiche Ausfälle oder man verbreitet die Kunde dass der Feind schon im Begriffe sei Paris zu erstürmen um es an allen Ecken anzuzünden und dem Erdboden gleich zu machen oder man versichert dass eh man einen einzigen Deutschen in die Mauern dringen ließe die Kommandanten wie Hunde wie Hunde wie Hunde und Katzen die Ratten und Mäuse schließlich auch die Tiere des Jardin des Plantes selbst der so beliebte arme Elefant als Speise dienen müssen Brot ist beinahe nicht mehr zu erlangen Stunden und Stunden lang müssen die Leute vor den Bäckerläden in der Reihe harren um ihre kleine Ration zu bekommen doch die meisten gehen leer aus Erschöpfung und Krankheiten machen reiche Todes Ernte Während gewöhnlich in der Woche 1100 Menschen starben weisen die Pariser Sterbelisten jetzt wöchentlich 4.000 5.000 auf täglich also ungefähr 400 unnatürliche Todesfälle das heißt also Morde wenn auch der Mörder kein Einzelner war sondern ein unpersönliches Ding nämlich der Krieg so sind es darum nicht minder Morde Wen traf die Verantwortung etwa jene parlamentarischen Großsprecher welche in ihren Hetzreden mit stolzem Pathos erklärten wie dies Girardin in der Sitzung vom 15. Juli getan dass sie die Verantwortung eines Krieges vor der Geschichte auf sich nehmen können denn eines Menschen Schultern stark genug sein solche Verbrechenslast zu tragen gewiss nicht es fällt auch niemandem ein die Prahler nachträglich beim Wort zu nehmen Eines Tages es war um den 20. Januar herum kam Friedrich von einem Gang durch die Stadt heimgekehrt mit erregter Miene in mein Zimmer Nimm dein Eintragebuch zur Hand meine eifrige Geschichtsschreiberin rief er mir zu heute gibt es einen wichtigen Posten und er warf sich in einen Sessel welches meiner Bücher fragte ich das Friedens Protokoll Friedrich schüttelte den Kopf mit dem ist wohl für lange Zeit vorbei der Krieg der jetzt gefochten wird ist zu gewaltiger Natur um nicht kriegerisch fort zu wirken auf der Seite der Besiegten hat er einen solchen Vorrat von Hass und Rache saaten ausgestreut dass daraus eine künftige Kampfernte hervorwachsen muss und andererseits hat er für den Sieger solche großartige umwälzende Erfolge zustande gebracht dass dort eine gleich große Saat von kriegerischem Stolze aufgehen wird was ist denn so bedeutendes geschehen König Wilhelm wurde in Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen es gibt jetzt ein Deutschland ein ein einiges Reich und ein mächtiges Reich das gibt einen neuen Abschnitt in der sogenannten Weltgeschichte und du kannst dir denken wie aus dem neuen aus Waffen Arbeit hervorgegangenen Reiche diese Arbeit hoch in Ehren gehalten sein wird die beiden vorgeschrittensten Kulturländer des Festlandes sind es also hinfort welche den Kriegsgeist pflegen werden das eine um den erhaltenen Schlag zurückzugeben das andere um die errungene Machtstellung zu bewahren hier aus Hass dort aus Liebe hier aus Vergeltungssucht dort aus Dankbarkeit gleich viel klappe dein Friedensprotokoll nur zu auf lange Zeit hinaus stehen wir unter dem blutigen und eisernen Zeichen des Mars deutscher Kaiser rief ich das ist wahrlich großartig und ich ließ mir die Einzelheiten dieses Ereignisses erzählen Ich kann doch nicht umhin Friedrich sagte ich mich über diese Nachricht zu freuen so ist die ganze Schlachtarbeit doch nicht verloren gewesen wenn daraus ein neues großes Reich hervorgegangen Vom französischen Standpunkt aber doppelt verloren und wir beide hätten wohl das Recht diesen Krieg nicht einseitig von der deutschen Seite zu betrachten nicht nur als Menschen sogar nach engerem nationalem Begriffe hätten wir das Recht die Erfolge unserer Feinde und Unterwerfer von 1866 zu beklagen und dennoch ich gebe mit dir zu dass die erreichte Vereinigung des zerstückelten Deutschlands eine schöne Sache ist dass diese Bereitwilligkeit der übrigen deutschen Fürsten dem greisen Sieger die Kaiserkrone zu reichen etwas Begeisterndes Bewundernswertes hat es ist nur schade dass eine solche Vereinigung nicht aus friedlichem sondern aus kriegerischem Werke hervorgegangen ist wie also wenn Napoleon der dritte die Herausforderung des 19. Juli nicht abgesendet hätte wäre da in den Deutschen nicht genug Vaterlandsliebe nicht genug Volkskraft nicht genug Einigkeit gelegen um aus sich heraus dasjenige zu bilden worauf sie jetzt ihren Nationalstolz setzen werden ein einig Volk von Brüdern jetzt werden sie jubeln des Dichters Wunsch ist erfüllt dass sie vor kurzen vier Jahren einander in den Haaren gelegen dass es für Hannoveraner Sachsen Frankfurter Nassauer und so weiter keinen ärgeren Hassbegriff gab als Preußen das wird zum Glück vergessen sein dafür aber der deutschen Hass hierzulande wie wird der nunmehr gedeihen mir schauderte das bloße Wort Hass begann ich ist dir verhasst du hast recht solange dieses Gefühl nicht recht und ehrlos gemacht wird solange gibt es keine menschliche Menschheit der Religionshass ist überwunden aber der Völkerhass bildet noch einen Teil der bürgerlichen Erziehung und doch gibt es nur ein veredelndes ein beglückendes Gefühl hinieden das ist die Liebe nicht wahr Martha davon wissen wir etwas zu erzählen ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter und blickte zu ihm auf während er mir zärtlich das Haar aus der Stirne strich wir wissen fuhr er fort wie süß es ist wenn im Herzen so viel Liebe wohnt füreinander für unsere Kleinen für alle Brüder der großen Menschenfamilie denen man so gern so gern das drohende Leid ersparen wollte aber sie wollen nicht nein mein Friedrich so umfassend ist mein Herz doch nicht die Hassenden alle kann ich nicht lieben aber doch bemitleiden in dieser Weise plauderten wir lange weiter ich weiß es noch heute so genau weil ich damals öfters neben den kriegerischen Ereignissen auch Bruchstücke unserer daran geknüpften Gespräche in die roten Hefte eintrug an jenem Tage haben wir auch wieder einmal von der Zukunft gesprochen jetzt würde Paris kapitulieren müssen der Krieg hatte ein Ende und dann konnten wir wieder mit gutem Gewissen glücklich sein da da überschauten wir die Gewährleistungen unseres Glücks in den acht Jahren unserer Ehe nicht ein hartes nicht ein unfreundliches Wort so viel miteinander durchgelitten und durchgenossen so war unsere Liebe unser Einssein derart befestigt dass eine Abnahme nicht mehr zu fürchten war im Gegenteile nur stets inniger würden wir uns aneinander schließen jedes neue gemeinschaftliche Erlebnis gäbe zugleich ein neues Band ab wenn wir erst ein paar weißhaarige alte Leutchen geworden mit welcher Freude konnten wir da auf die ungetrübte Vergangenheit zurückblicken welch goldig milder Lebensabend lag dann noch vor uns dieses Bild von dem glücklichen alten Pärchen das wir einst abgeben sollten hatte ich mir so oft und lebhaft vorgestellt dass es sich mir ganz deutlich eingeprägt und sogar im Traum sich wiederholte wie etwas wirklich Geschehenes mit verschiedenen Einzelheiten Friedrich mit einem Samtkäppchen und einer Gartenschere ich weiß selber nicht warum denn niemals hatte er Lust zur Gärtnerei gezeigt und von einem Hauskäppchen war schon gar nie die Rede gewesen ich mit einem sehr kokett gesteckten schwarzen Spitzentuche auf dem silberweißen Haar und als Umgebung eine von der untergehenden Sommersonne warm erleuchtete Parkpartie dazu lächelnd getauschte freundliche Blicke und Worte wie weißt du noch erinnerst du dich damals als viele der vorangehenden Blätter habe ich mit Schaudern und mit Überwindung geschrieben nicht ohne inneres Entsetzen vermochte ich die Auftritte zu schildern die ich auf meiner Fahrt nach Böhmen und während der Cholera-Woche in Grumitz mitgemacht Ich habe es getan um einer Pflichtmahnung zu gehorchen Ein geliebter Mund hat mir einst den feierlichen Befehl erteilt Falls ich früher sterbe musst du meine Aufgabe übernehmen für das Friedenswerk zu wirken Wäre mir dieses bindende Geheiß nicht geworden nimmer hätte ich es über mich gebracht die Schmerzenswunden meiner Erinnerungen so schonungslos aufzureißen Jetzt bin ich aber bei einem Erlebnis angelangt das ich berichten nicht aber schildern will nicht kann nein ich kann nicht kann nicht ich habe es versucht zehn halb beschriebene zerrissene Blätter liegen auf dem Boden neben meinem Schreibtisch ein Herzkrampf befiel mich die Gedanken stockten oder kreisten wild in meinem Hirn ich musste die Feder wegwerfen und weinen bitter heftig kläglich weinen wie ein Kind Jetzt einige Stunden später nehme ich meine Aufgabe wieder vor aber auf die Beschreibung der Einzelheiten nachstehenden Geschehnisses auf Mitteilung dessen was ich dabei empfunden muss ich verzichten die Tatsache genügt Friedrich mein einziger ward infolge eines bei ihm gefundenen Berliner Briefes der Spionage verdächtigt von einem fanatischen Rott umringt Amor Amor Le Prussien vor ein Patriotentribunal geschleppt am 1. Februar 1871 standrechtlich erschossen Ende von Abschnitt 36 gelesen von Eva K Abschnitt 37 von Die Waffen Nieder von Bertha von Suttner Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Epilog Teil 1 1889 Als ich zum ersten Mal wieder zu Bewusstsein gelangte war der Friede geschlossen die Kommune überstanden monatelang hatte ich von meiner treuen Frau Anna gepflegt in einer Krankheit dahin gelebt ohne zu wissen dass ich lebe und was es für eine Krankheit war ich weiß es heute noch nicht meine Umgebung nannte es zartsinnig Typhus ich glaube aber dass es einfach Wahnsinn war so ganz dunkel erinnerte ich mich dass die letzte Zeit mit Vorstellungen und knatternden Schüssen und lodernden Bränden gefüllt war vermutlich vermengten sich damit meinen Fantasien die in meiner Gegenwart besprochenen Ereignisse der Wirklichkeit nämlich die Kämpfe zwischen Versaillern und Kommunarden die Brandlegungen der Petrolösen das als ich meine Vernunft wiedererlangte und mit dieser auch das Verständnis meines tiefen Unglücks dass ich da mir kein Leid angetan oder dass der Schmerz mich nicht tötete das lag wohl an dem Besitze meiner Kinder durch diese konnte für diese musste ich leben noch vor meiner Krankheit an dem Tage selber an dem das schreckliche über mich hereingebrochen hat mich Rudolf am Leben erhalten ich war laut jammernd auf die Knie gesunken indem ich wiederholte sterben sterben ich muss sterben da umfassten mich zwei Arme und ein bittendes schmerzhaft ernstes wunderliebes Knabengesicht sah mich an Mutter bis dahin hatte mich mein kleiner nie anders als Mama genannt dass er in diesem Augenblick zum ersten Male das Wort Mutter gebraucht das sagte mir in zwei Silben du bist nicht allein du hast einen Sohn der deinen Schmerz teilt der dich über alles liebt und ehrt der niemand hat auf dieser Welt als dich verlass dein Kind nicht Mutter ich presste das teure Wesen an mein Herz und ihm zu zeigen dass ich verstanden hatte stammelte auch ich mein Sohn mein Sohn zugleich erinnerte ich mich meines Mädchens seines Mädchens und mein Entschluss zu Leben war gefasst aber der Schmerz war zu unerträglich ich verfiel in geistige Nacht und nicht nur dieses eine Mal im Laufe der Jahre in immer längeren Zwischenräumen blieb ich Rückfällen von Tiefsinn unterworfen von welchen mir dann in genesenem Zustande gar keine Erinnerung blieb jetzt seit mehreren Jahren bin ich schon ganz frei davon frei von der bewusstlosen Schwermut heißt das nicht aber von bewussten Anfällen bittersten Seelenschmerzes 18 Jahre sind seit dem 1. Februar 1871 vergangen aber der tiefe Groll und die tiefe Trauer welche die Tragödie jenes Tages mir eingeflößt die kann keine Zeit und lebte ich 100 Jahre verwischen wenn auch in letzter Zeit die Tage immer häufiger sich einstellen da ich von den Begebenheiten der Gegenwart eingenommen an das vergangene Unglück nicht denke da ich sogar die Freude meiner Kinder so lebhaft mitempfinde dass mich selber noch etwas wie Lebensfreude durch Wald so vergeht doch keine Nacht keine in der mich mein Elend nicht erfasste das ist etwas ganz eigentümliches das ich schwer beschreiben kann und dass nur solche verstehen werden welche ähnliches an sich erfahren haben es deutet wie auf ein Doppelleben der Seele wenn auch das eine Bewusstsein im wachen Zustande von den Dingen der Außenwelt so eingenommen sein kann das ist zeitweilig vergisst so gibt es in der Tiefe meiner Persönlichkeit noch ein zweites Bewusstsein welches jene schreckliche Erinnerung immer mit dem gleichen treuen Schmerz bewahrt und dieses Ich wenn das andere eingeschlafen macht sich dann geltend rüttelt das andere gleichsam auf um ihm sein Leid mitzuteilen allnächtlich es dürfte immer um dieselbe Stunde sein erwache ich mit einem unsäglichen Wehgefühl das Herz krampft sich zusammen und mir ist als sollte ich bitter weinen kläglich schluchzen das dauert so einige Sekunden ohne dass das aufgeweckte ich noch weiß warum jenes andere unglückliche gar so unglücklich ist das nächste Stadium ist dann ein weltumfassendes Mitleid ein voll schmerzlichsten erbarmens geseufztes o ihr armen armen menschen da nun sehe ich unter hageldichten mordgeschossen aufschreiende gestalten zusammenbrechen und jetzt erst erinnere ich mich dass auch mein liebstes so zusammenbrach aber im traume sonderbar da weiß ich nie etwas von meinem verlust da geschieht es häufig dass ich mit Friedrich spreche und verkehre als wäre er noch am Leben ganze auftritte aus der vergangenheit aber keine trüben spielen sich da ab das wiedersehen nach schleswig-holstein die scherze an sylvias wiege unsere fußtouren in den schweizer bergen unsere studienstunden über geliebten büchern und hier und da jenes gewisse bild im abendsonnenschein wo mein weißhaariger mann mit seiner gartenschere die rosenzweige stutzt nicht wahr lächelt er mir zu wir sind ein glückliches altes paar meine trauer kleider habe ich niemals abgelegt selbst am hochzeitstage meines sohnes nicht wer einen solchen mann geliebt besessen und verloren so verloren dessen liebe muss auch stärker sein als der tod dessen rache groll kann nimmer erkalten aber wen trifft dieser zorn an wem sollte ich rache üben die menschen welche die tat vollbracht trifft nicht die schuld der allein schuldige ist der geist des krieges und diesem nur könnte mein allzu schwaches verfolgungswerk gelten mein sohn rudolf stimmt mit meinen gesinnungen überein was ihn aber nicht hindert natürlich alljährlich die waffen übungen mitzumachen und was ihn nicht hindern kann wenn morgen der über unseren häuptern schwebende europäische riesenkrieg ausbricht an die grenze zu marschieren und dann werde ich es vielleicht noch einmal sehen müssen wie mein teuerstes auf der welt dem Moloch hingeopfert in welchem meinem alter Ruhe und Friede winkt in Trümmer geschlagen wird werde ich das noch erleben müssen und dann unwiederbringlich dem Wahnsinn verfallen oder werde ich den Triumph der Gerechtigkeit und Menschlichkeit noch sehen der jetzt gerade jetzt in weit verzweigten Bündnissen und in allen Schichten der Völker so sehnsuchts kräftig nach Betätigung ringt die roten Hefte mein Tagebuch weisen keine weiteren Eintragungen auf unter das Datum 1. Februar 1871 habe ich ein großes Kreuz gemacht und damit schloss auch meine Lebensgeschichte ab nur das sogenannte Protokoll ein blaues Heft welches Friedrich mit mir angelegt und in das wir die Phasen der Friedensidee aufgezeichnet haben ist seither mit einigen Notizen bereichert worden in den ersten Jahren welche dem deutsch-französischen Krieg folgten hätte ich abgesehen von meinem geisteskrankten Zustande kaum Gelegenheit gehabt eine Friedenskundgebung zu verzeichnen die zwei einflussreichsten Nationen des Festlandes schwelgten in Kriegsgedanken die eine im stolzen Rückblick auf die errungenen Siege die andere in sehnender Erwartung einer bevorstehenden Revanche allmählich legte sich der Wogengang dieser Gefühle diesseits des Rheins wurden die Standbilder der Germania etwas weniger angejubelt und jenseits diejenigen der Stadt Straßburg mit weniger Trauerfloren geschmückt da nach zehn Jahren konnte die Stimme der Friedensjünger wieder gehört werden Bluntschli der große Völkerrechtsgelehrte derselbe mit welchem ein Verlorener sich in Verbindung gesetzt war es der bei verschiedenen Würdenträgern und Regierungen sich deren Ansicht über den Völkerfrieden einholte damals fiel des schweigsamen Schlachten Denkers bekannter Ausspruch der ewige Frieden ist ein Traum und nicht einmal ein schöner Traum je nun wenn Luther den Papst gefragt hätte was er von einem Abfall von Rom hält die Antwort würde da auch nicht reformationsfreundlich ausgefallen sein schrieb ich damals neben Moltkes Worte in das blaue Heft heute gibt es fast niemand mehr der diesen Traum nicht träumte oder der dessen Schönheit nicht zugeben wollte und auch Wache gibt es ganz helle Wache welche die Menschheit aus dem langen Schlaf der Barbarei erwecken wollen und tatkräftig zielbewusst sich zusammenscharen um die weiße Fahne aufzupflanzen ihr Schlachtruf ist Krieg dem Kriege ihr Losungswort das einzige Wort welches noch imstande wäre das dem Ruin entgegen rüstende Europa zu erlösen heißt die Waffen nieder Allerorts in England und Frankreich in Italien in den nordischen Ländern in Deutschland in der Schweiz in Amerika haben sich Vereinigungen gebildet deren Zweck es ist durch den Zwang der öffentlichen Meinung durch den gebieterischen Druck des Volkswillens die Regierungen zu bewegen ihre zukünftigen Streitigkeiten einem durch sie selber vertretenen internationalen Schiedsgericht zu übermitteln und so ein für allemal anstelle der rohen Gewalt das Recht einzusetzen Dass dies kein Traum keine Schwärmerei ist beweisen die Tatsachen Alabama die Karolinen Inseln und mehrere andere Fragen wurden auf diese Art schon beigelegt Und nicht nur Leute ohne Macht und Stellung wie einst der arme Grobschmied sind es nunmehr welche sich zu diesem Friedenswerk zusammentun nein Parlamentsmitglieder Bischöfe Gelehrte Senatoren Minister stehen auf den Listen Dazu noch jene Partei deren Anhänger schon nach Millionen zählen die Partei der Arbeiter des Volkes auf deren Programm unter den wichtigsten Forderungen der Völkerfrieden oben ansteht Mir ist das alles bekannt die Mehrzahl der Leute erfährt es nicht weil ich mit jenen Persönlichkeiten im Verkehr geblieben bin mit welchen Friedrich im Hinblick auf sein edles Ziel Verbindungen angeknüpft hatte Was ich durch diese über die Erfolge und Pläne der Friedensgesellschaften erfahren das ward getreulich in das Protokoll eingetragen Die letzte dieser Eintragungen ist folgender Brief den auf eine diesbezügliche Anfrage der Präsident der in London ihren Hauptsitz habenden Liga an mich geschrieben hat International Arbitration and Peace Association London 41 Outer Temple July 1889 Madam You have honoured me by inquiring as to the actual position of the great question to which you have devoted your life Here is my answer At no time perhaps in the history of the world has the course of peace and goodwill been more hopeful It seems that at last the long night of death and destruction will pass away and we who are on the mountaintop of humanity think that we see the first streaks of the dawn of the kingdom of heaven upon earth It may seem strange that we should say this at a moment when the world has never seen so many armed men and such frightful engines of destruction ready for their accursed work but when things are at their worst they begin to mend Indeed the very ruin which these armies are bringing in their train produces universal consternation and soon the oppressed peoples must rise and with one voice they say to their rulers save us and save our children from the famine which awaits us if these things continue save civilization and all the triumphs which the efforts of wise and great men have accomplished in its name save the world from a return to barbarism rapine and terror What indications do you ask are there of such a dawn of a better day well let me ask in reply is not the recent meeting at Paris of the representatives of 100 societies for the declaration of international concord for the substitution of a state of law and justice for that of force and wrong an event unparalleled in history have we not seen men of many nations assembled on this occasion and elaborating with enthusiasm and anonymity practical schemes for this great end have we not seen for the first time in history a congress of representatives of the parliaments of free nations declaring in favor of treaties being signed by all civilized states whereby they shall bind themselves to defer their differences to the arbitration of equity pronounced by an authorized tribunal instead of a resort to wholesale murder moreover these representatives have pledged themselves to meet every year in some city of Europe in order to consider every case of misunderstanding or conflict and to exercise their influence upon governments in the course of just and pacific settlements surely the most hopeless pessimist must admit that these are signs of a future when war shall be regarded as the most foolish and most criminal blood upon man's record dear madam accept the expression of my profound esteem yours truly Hodgson Pratt Die und so und so weiter und so weiter die nächste interparlamentarische konferenz soll im juli 1890 in london zusammentreten auch ein fürsten manifest findet sich in dem blauen heft datiert märz 1888 ein manifest aus welchem endlich mit altem herkommen brechend statt des kriegerischen ein friedlicher geist hervor leuchtete aber der edle der jene worte an sein volk erlassen der sterbende der mit dem aufwand seiner letzten kraft nach dem zepter griff das er handhaben wollte als wärs ein palmen zweig der blieb machtlos an das schmerzenslager gefesselt und nach kurzer frist war alles vorbei ob sein nachfolger der begeisterungs glühende der großes Wollende sich für das Friedens ideal begeistern Ende von Abschnitt 37 gelesen von Eva K Abschnitt 38 von die Waffen nieder von Bertha von Suttner diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Epilog Teil 2 Mutter willst du übermorgen deine Trauerkleidung nicht ablegen mit diesen Worten trat heute Morgen Rudolf in mein Zimmer für übermorgen nämlich 30 Juli 1889 ist die Taufe seines erstgeborenen Sohnes angesetzt nein mein Kind antwortete ich aber bedenke an einem solchen Freuden feste wirst du doch nicht traurig sein warum also das äußere Zeichen der Trauer beibehalten und du wirst doch nicht abergläubisch sein und fürchten das schwarze Kleid der Großmutter könne dem Enkel Unglück bringen das wohl nicht aber es stimmt nicht zu der umgebenden Fröhlichkeit hast du denn einen Eid geschworen nein nein es es ist nur ein gefasster Vorsatz aber ein Vorsatz der an ein solches Andenken sich knüpft du weißt was ich meine der nimmt die Unverbrüchlichkeit eines Eides an mein Ich bin Gottlob zu Ende das war das letzte Kapitel Wie willst du den Schluss deiner Geschichte geben du lebst ja noch und sollst noch viele Jahre viele glückliche Jahre unter uns verbringen Mutter mit der Geburt meines kleinen Friedrich den ich dazu erziehen werde die Großmama anzubeten beginnt ja wieder ein neues Kapitel für dich du bist ein gutes Kind mein Rudolf ich müsste undankbar sein wenn ich an dir nicht Stolz und Freude hätte und ebenso stolze Freude macht mir meine seine holde Silvia ja ich gehe einem gesegneten Alter entgegen ein milder Abend aber die Geschichte des Tages ist doch aus wenn die Sonne unter gegangen nicht wahr er antwortete nur mit einem stummen mitleidsvollen Blick ja das Wort Ende unter meiner Biografie ist berechtigt als ich den Entschluss fasste dieselbe zu schreiben beschloss ich zugleich beim 1. Februar 1871 abzubrechen nur wenn du mir auch noch durch den Krieg entrissen worden wärst was ja so leicht hätte geschehen können zum Glück warst du zur Zeit des bosnischen Feldzuges noch nicht wehrpflichtigen alters alters nur nur dann hätte ich mein Buch noch verlängern müssen doch so wie es ist war es schon schmerzlich genug zu schreiben und wohl auch zu lesen bemerkte rudolf in der handschrift blätternd das hoffe ich wenn dieser Schmerz nur in einigen herzen tatkräftigen Abscheu gegen die Quelle des hier geschilderten Unglücks weckt so werde ich nicht vergebens mich gequält haben hast du aber auch alle Seiten der Frage beleuchtet alle Argumente erschöpft den Wurzelkomplex des Kriegsgeistes analysiert die wissenschaftlichen Grundlagen genügend aufgebaut hast du mein Lieber wo denkst du hin ich habe ja nur sagen können was sich in meinem Leben in meinen beschränkten Erfahrungen abgespielt alle Seiten der Frage beleuchtet gewiss nicht was weiß ich zum Beispiel ich die reiche hochgestellte von den Leiden die der Krieg über die Massen des Volkes verhängt was kenne ich von den Plagen und bösen Einflüssen des Kasernen Lebens und die wissenschaftlichen Grundlagen wie komme ich dazu in ökonomisch sozialen Fragen bewandert zu sein und diese sind es so viel weiß ich nur welche schließlich alle Umbildungen bestimmen keine Geschichte des vergangenen und zukünftigen Völkerrechts stellen diese Blätter dar eine Lebensgeschichte nur fürchtest du nicht eins man merkt die Absicht und verstimmt wird man doch nur durch eine durchschaute Absicht die der Urheber schlau zu verbergen meinte die meinige aber liegt unverhohlen zu Tage ist sie doch mit drei Worten schon auf dem Titelblatt verkündet Die Taufe hat nun gestern stattgefunden Diese Feier gestaltete sich zu einer doppelt glückverheißenden denn meine Tochter Silvia und ihres kleinen Neffen Taufpate den wir schon lange heimlich im Herzen trugen Graf Anton Delnitzki haben sich bei dieser Gelegenheit verlobt so so bin so bin durch meine Kinder rings von glücklichen Verhältnissen umgeben Rudolf seit sechs Jahren in den Besitz des Dotzkischen Majorats gelangt und seit vier Jahren mit der ihm von Kindheit an bestimmt gewesenen Beatrice geborenen Griesbach dem wunderlieblichsten Geschöpf das man sich vorstellen kann verheiratet sieht nun durch die Geburt eines Erben seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt kurz beneidenswerter glänzende Lose ein im Gartensaal eingenommenes Diner versammelte die Taufgäste die Glastüren standen offen und die Luft des herrlichen Sommernachmittages strömte rosenduftend herein neben mir an unserer Tafelrunde saß Gräfin Lori Griesbach Beatrices Mutter dieselbe ist nunmehr Witwe ihr Mann fiel in der bosnischen Expedition sie hat sich den Verlust nicht stark zu Herzen genommen keines Falls trägt sie ewige Trauer im Gegenteil diesmal ist sie mit granatrotem Brokat und brillantem Geschmeide angetan sie ist gerade so oberflächlich geblieben wie sie es in ihrer Jugend war Toilettenfragen ein paar französische und englische Moderomane Gesellschaftsklatsch das genügt noch immer ihren Horizont zu füllen selbst das Kokettieren hat sie nicht ganz gelassen auf junge Leute hat sie es zwar nicht mehr abgesehen aber ältere hohen Rang oder hohes Amt bekleidende Persönlichkeiten sind vor ihren Eroberungsgelüsten nicht sicher gegenwärtig scheint mir hat sie Minister allerdings aufs Korn genommen dieser hat übrigens seinen Namen gewechselt wir nennen ihn jetzt eines neu angenommenen ausdrucks halber Minister andererseits ich muss dir ein Geständnis machen sagte mir Lori nachdem ich mit ihr auf des Teuflings Gesundheit angestoßen bei dieser feierlichen Gelegenheit da wir unseren beiderseitigen Enkel getauft haben muss ich dir gegenüber mein Gewissen entlasten ich war ganz ernstlich in deinen Mann verliebt das hast du mir schon öfters gestanden liebe Lori er blieb aber stets ganz gleichgültig auch das ist mir bekannt du hattest doch einen goldtreuen Mann Martha dasselbe kann ich von dem meinigen nicht behaupten aber nichts desto weniger es hat mir sehr leid getan um Griesbach nun er starb eines glorreichen Todes das ist mein Trost freilich ist das eine langweilige Existenz als Witwe besonders wenn man älter wird solange man freier und Kurmacher hat ist die Witwenschaft nicht ohne aber jetzt ich versichere dich es wird einem in der Einsamkeit ganz melancholisch bei dir ist das etwas anderes du lebst bei deinem Sohn aber ich verlange mir gar nicht bei der Beatrice zu bleiben sie verlangt es sich auch man will doch im Hause die Herren sein zwar ärgert man sich mit den Dienstboten das ist schon wahr aber wenigstens kann man über sie befehlen du darfst es mir glauben ich wäre gar nicht abgeneigt noch einmal zu heiraten natürlich eine Vernunft heirat mit irgendeinem gesetzten Minister oder so etwas unterbrach ich lächelnd oh du schlau du durchblickst mich schon wieder du schau Nitzki in deine Silvia hineinredet das ist ja kompromittant lass gut sein die beiden sind auf dem Wege von der Kirche hierher einig geworden Silvia hat es mir anvertraut morgen wird der junge Mann bei mir um ihre Hand anhalten was du nicht sagst nun dann kann man ja gratulieren soll zwar mitunter ein leichter Vogel gewesen sein der schöne Toni aber das sind sie ja alle das geht schon nicht anders und wenn man bedenkt welch prächtige Partie er ist das hat meine Silvia nicht bedacht sie liebt ihn nun desto besser das ist eine schöne Zugabe in die Ehe Zugabe es ist das um und auf einer der Gäste ein K&K Oberst ade klopfte an sein Glas und oh weh ein Toast dachten wohl die meisten indem sie ihre Sondergespräche unterbrachen und sich seufzend anschickten dem Redner zu lauschen es war aber auch zum seufzen dreimal blieb der unglückliche stecken und die Wahl seiner vorgebrachten wünsche war nicht minder unglücklich der Teufling wurde gepriesen in einer Zeit geboren worden zu sein in der das Vaterland bald Söhne brauchen werde möge er einst ruhmreich wie sein mütterlicher Urgroßvater wie sein väterlicher Großvater das Schwert führen möge er selbst viele Söhne zeugen die ihrerseits dem Vater und den Vätern Ehre machen und wie so viele der auf den Feldern der Ehre gebliebenen Väter Väter für die Ehre des Landes ihrer Väter ihrer Väter und Vaters Väter siegen oder kurz Friedrich Dotzki lebe hoch die Gläser klirrten aber die Rede hatte nicht gezündet dass dieses kaum ins Dasein getretene Leben jetzt schon auf die Totenliste kommender Schlachten gesetzt wurde machte keinen freundlichen Eindruck Um dieses düstere Bild zu verscheuchen fühlte sich einer der Anwesenden veranlasst die tröstliche Bemerkung vorzubringen dass die gegenwärtigen Konjunkturen einen längeren Frieden verbürgten dass der Dreibund damit war das allgemeine Gespräch wieder glücklich auf das politische Gebiet gebracht und Minister andererseits ergriff das Wort in der Tat Laurie Griesbach hing an seinem Munde es liegt zu Tage die Wehrtüchtigkeit welche wir erreicht haben ist etwas großartiges und dürfte alle Friedensbrecher abschrecken das Landsturmgesetz welches alle tauglichen Staatsbürger vom 19. bis 42. die einstigen Offiziere sogar bis zum 60. Lebensjahre zum Kriegsdienst verpflichtet erlaubt uns beim ersten Aufgebot allein 4. Millionen 800. Soldaten aufzustellen andererseits lässt sich nicht leugnen dass das wachsende Mehrerfordernis welches von der Heeresverwaltung in Anspruch genommen wird schwer auf der Bevölkerung lastet und dass die zur ausgiebigen Schlagfertigkeit des Reiches erforderlichen Maßnahmen im umgekehrten Verhältnis zur Frage der Regelung der Finanzlage stehen Es ist aber andererseits erhebend mit welchem opferfreudigen Patriotismus die Volksvertreter stets und allerorts die von dem Kriegsministerium geforderte Mehrbelastung bewilligen sie erkennen die von allen einsichtigen Politikern zugegebene durch die Wehrhaftigkeitsentfaltung der Nachbarstaaten und durch die politische Situation bedingte Notwendigkeit alle anderen Rücksichten dem eisernen Zwang der militärischen Kräftigung unter zu ordnen Der leibhaftige Leitartikel bemerkte jemand halblaut Andererseits fuhr aber fort Umso mehr als dadurch ja eine Bürgschaft geschaffen wird für die Erhaltung des Friedens Denn indem wir in traditionellem Patriotismus zur Sicherung der Grenzen es der unausgesetzten Steigerung der Wehrkraft unserer Nachbarstaaten gleich tun erfüllen wir eine erhabene Pflicht und hoffen etwa drohende Gefahren auch fernerhin zu bannen So erhebe ich denn dieses Glas auf dasjenige Prinzip welches wie ich weiß unserer Baronin Martha so sehr am Herzen liegt Ein Prinzip das auch die Signatarmächte der Mitteleuropäischen Friedensliga hochhalten und ich fordere sie auf mit mir anzustoßen es lebe der Frieden möge seine Wohltat uns noch recht lange erhalten bleiben Darauf trinke ich nicht sagte ich der bewaffnete Friede ist keine Wohltat und nicht lange soll uns der Krieg verhütet bleiben sondern immer wenn man sich auf die Meer Fahrt macht soll die Zusicherung nicht genügen dass recht lange das Schiff an keiner Klippe zerschelle dass die ganze Fahrt glücklich überstanden werde danach wird der ehrliche Kapitän trachten Dr. Bresser noch immer unser bester Hausfreund kam mir zu Hilfe in der Tat Exzellenz können sie an den ehrlichen aufrichtigen Friedenswillen jener glauben die mit Leidenschaft mit Begeisterung Soldaten sind die alles was den Krieg gefährdet nämlich Abrüstung Staatenbund Schiedsgericht nicht nennen hören wollen könnte denn die Freude an Arsenalen und Festungen und Manövern und dergleichen bestehen wenn diese Dinge wirklich nur als das betrachtet würden wofür man sie ausgibt als Vogelscheuchen also damit man sie niemals brauche der ganze Kostenaufwand ihrer herstellung die Völker müssen ihr ganzes Geld hergeben um an den Grenzen Befestigungen zu machen in der Absicht sich über die Grenzen hin Kusshändchen zuzuwerfen zu einer bloßen Friedens Aufrechterhaltungs Gendarmerie lässt sich das Militär nicht herabdrücken der oberste Kriegsherr wird doch nicht einem Heer 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 ewigen Kriegs Vermeidern vorstehen sollen hinter dieser Maske der Sivis Pazem Maske blinzeln die einverständlichen Blicke und die jedes Kriegsbudget bewilligenden Abgeordneten blinzeln mit die Volksvertreter unterbrach der Minister man kann den Opfermut doch nur loben dessen diese in ernsten Zeiten niemals ermangeln und welcher in der einhelligen Votierung der entsprechenden Gesetze erhebenden Ausdruck findet verzeihen sie Exzellenz diesen einhelligen Stimmabgebern wollte ich einem nach dem anderen zurufen dein Ja wird jener Mutter ihr einziges Kind rauben deines bohrt jenem Armen wich die Augen aus deines schießt eine unersetzliche Bücherei in Brand deines zerstampft das Hirn eines Dichters der deines Landes Ruhm gewesen wäre aber ihr habt dieses Ja votiert um nur ja nicht feige zu scheinen als ob man gerade nur für sich die Geltung zu bringen und das Volk will die produktive Arbeit will die Entlastung will den Frieden Ich hoffe lieber Doktor bemerkte der Oberst bitter dass sie niemals Abgeordneter werden das ganze Haus würde sie auspfeifen mich dem auszusetzen würde schon beweisen dass ich nicht feige bin gegen den Strom zu schwimmen erfordert die stählerne Kraft wenn aber der Ernstfall einträte und man stände unvorbereitet da man bereite einen Rechtszustand vor der den Eintritt des Ernstfalles unmöglich mache denn was dieser Fall sein wird Herr Oberst von dem kann heutzutage kein Mensch einen klaren Begriff fassen bei der Furchtbarkeit der gegenwärtig erreichten und noch immer steigenden Waffentechnik bei der Massenhaftigkeit der Streitkräfte wird der nächste Krieg wahrscheinlich kein Ernster sondern ein es gibt Wort dafür ein Riesen Jammerfall sein Hilfe und Verpflegung unmöglich die Sanitäts Vorkehrungen und Proviant Vorkehrungen werden den Anforderungen gegenüber als die reine Ironie sich erweisen der nächste der nächste Krieg von welchem die Leute so geläufig und gleichmütig reden der wird nicht Gewinn für die einen und Verlust für die anderen bedeuten sondern Untergang für alle wer hier unter uns stimmt für diesen Ernstfall Ich allerdings nicht sagte der Minister Sie auch nicht lieber Doktor aber die Menschen im Allgemeinen auch unsere Regierung nicht dafür kann ich gut stehen aber die anderen starken Mit welchem Rechte halten Sie andere Leute für schlechter und unvernünftiger als sich und mich Da will ich Ihnen ein kleines Märchen erzählen Vor der geschlossenen Pforte eines schönen Gartens gar sehnsüchtig hineinschauend stand ein Haufen Menschen tausend und einer an der Zahl Der Pförtner hatte den Auftrag die Leute herein zu lassen falls die Mehrzahl unter ihnen den Einlass wünschte Er herbei Sag aber aufrichtig möchtest du herein Oh ja ich schon aber die anderen tausend sicher nicht Diese Antwort schrieb der kluge Pförtner in sein Notizbuch Dann rief er einen zweiten Der sagte dasselbe Wieder trug der Kluge unter die Rubrik Ja die Ziffer 1 und die Rubrik Nein die Ziffer 1000 ein Das ging so bis zum letzten Mann Dann addierte er die Zahlen Das Ergebnis war 1001 Ja über eine Million Nein So blieb das Tor verschlossen denn das Nein hatte eine erdrückende Majorität und das kam daher weil jeder statt nur für sich auch für die anderen antworten zu müssen glaubte Allerdings sprach der Minister nachdenklich und wieder schlug Lori Griesbach bewundernde Augen zu ihm auf Es wäre allerdings eine schöne Sache wenn die einstimmige votierung einer Entwaffnungsvorlage stattfinden würde Aber Andererseits Welche Regierung wird es wagen den Anfang zu machen Allerdings gibt es nichts wünschenswerteres als Eintracht Aber Andererseits Wie kann man solange menschliche Leidenschaften Sonderinteressen und so weiter bestehen dauernder Eintracht für möglich halten Erlauben Sie nahm jetzt mein Sohn Rudolf das Wort 40 Millionen Einwohner eines Staates bilden ein Ganzes Warum also nicht mehrere hundert Millionen Soll das mathematisch und logisch beweisbar sein Solange menschliche Leidenschaften Sonderinteressen und so weiter bestehen können wohl 40 Millionen Leute darauf verzichten sich untereinander zu bekriegen Drei Staaten sogar wie gegenwärtig der Dreibund können sich verbünden und eine Friedensliga bilden Aber fünf Staaten können dies nicht Dürfen dies nicht Wahrlich wahrlich Unsere heutige Welt gibt sich für ungeheuer klug aus und belächelt die Wilden und doch in manchen Dingen können auch wir nicht bis fünf zählen Einige Stimmen erhoben sich Was Wild Dass uns mit unserer überfeinerten Kultur am Ende des neunzehnten Jahrhunderts Rudolf stand auf Ja Wild Ich nehme das Wort nicht zurück Und solange wir uns an die Vergangenheit klammern werden wir wilde bleiben Aber schon stehen wir an der Pforte einer neuen Zeit Die Blicke sind nach vorwärts gerichtet Alles drängt mächtig zu anderer zu höherer Gestaltung Die Wildheit mit ihren Götzen und ihren Waffen Schon schleuderten sie viele von sich Wenn wir der Barbarei auch noch näher sind als die meisten glauben So sind wir vielleicht auch der Veredelung näher als der die allgemeine Abrüstung durchsetzt Schon stürzt jener Wahn zusammen Kraft dessen der Staatsegoismus einen so täuschenden Anschein von Berechtigung hat der Wahn dass der Schaden des einen den Nutzen des anderen befördere Schon dämmert die Erkenntnis dass die Gerechtigkeit als Grundlage alles sozialen Lebens dienen soll und aus solcher Erkenntnis wird die Menschlichkeit hervorblühen die Edelmenschlichkeit wie Friedrich Tilling zu sagen pflegte Mutter hier dieses Glas trinke ich dem Andenken deines ewig unvergessenen geliebten und betrauerten dem auch ich alles verdanke was ich denke und was ich bin und aus diesem Glase erwarf es an die Wand wo es zerschellte wird kein anderer Trunk mehr gemacht und heute zu des neugeborenen Tauffest wird kein anderer Toast mehr gesprochen als dieser es lebe die Zukunft ihre Aufgaben zu verbringen dazu wollen wir uns stählen nicht unserer Vaters Väter wie die alte Phrase lautet wollen wir trachten uns würdig zu zeigen nein unserer Enkel Söhne Mutter was ist dir unterbrach er sich du weinst was siehst du dort mein Blick war nach der offenen Glastür gerichtet die strahlen der untergehenden Sonne umwoben einen Rosenbusch mit zittergoldigem Dunst und davon sich abhebend in lebenswahrer Deutlichkeit mein Traumbild ich sehe die Gartenschere flimmern das weiße Haupthaar glänzen nicht wahr lächelt er zu mir herüber wir sind ein glückliches altes Paar weh mir Ende von Abschnitt 38 Ende von Die Waffen nieder eine Lebensgeschichte von Bertha von Suttner Gelesen von Eva K.